Das Todesvirus Ein Füller von Katrin Nowak Dieses Hörbuch wird für Sie gelesen von Sven Mindermann Kapitel 1 Hastig rutschten seine Finger über die Tastatur. Michael warf einen schnellen Blick auf die Uhr. Es war kurz nach 0.30 Uhr. Es kam nicht selten vor, dass es so spät wurde. Seine Arbeit verlangte ihm viel ab, gerade in diesen Zeiten. Die Menschen waren verunsichert. Viele gingen nicht mehr auf die Straße. Und sie hatten Angst. Einige von ihnen konnten nicht mehr zur Arbeit. Seine Arbeit hingegen wurde mehr und mehr. Er sah auf den stumm geschalteten Fernseher auf dem Sideboard neben seinem Schreibtisch und verfolgte eine Weile die Nachrichten, bevor er sich wieder dem Computer zuwandte. Mehr als 250 Tote in Deutschland, las er dort. Im Vergleich zum Nachbarland Italien war das jedoch eine relativ geringe Zahl. Trotzdem hatten die Leute Angst und das konnte man ihnen nicht verdenken. Am Anfang, da hatten alle noch gelacht und gesagt, es würde ihnen schon nichts passieren. Als das Wuhan-Virus in China ausgebrochen war, hatte es die meisten nicht gekümmert. Es war ja nur China, also weit weg und nicht in Deutschland. Und was mit den Leuten dort passierte, war den meisten Bürgern dann doch nicht so wichtig gewesen. Eine Doppelmoral, wie man sie in der Gesellschaft häufig sah. Solange es einen selber nicht betraf, kümmerte es niemanden so wirklich. Starben Leute, die man gar nicht kannte, dann passierte das eben. Es war kein Grund, traurig zu sein oder sich Sorgen zu machen. Erst wenn sie selbst betroffen waren, begannen die Leute Angst zu haben. Vielleicht verstanden einige von ihnen dann, wie sich die Leute, die ihnen vorher egal gewesen waren, gefühlt hatten. Wahrscheinlich würde Michael noch zwei weitere Stunden hierbleiben. Er arbeitete gerne nachts. Dann war es hier still. Niemand blickte ihm über die Schulter und keiner stellte irgendwelche Fragen. Vor einiger Zeit hatte das ZDF angerufen und ihn um ein Interview gebeten. Er hatte zugesagt und morgen würde es stattfinden. In gewisser Weise freute sich Michael nicht darauf. Er war kein Mensch, der die Öffentlichkeit mochte. Aber in diesen Zeiten gehörte das fast schon zu seiner Arbeit. Im Internet fand er einen Artikel über das Wuhan-Virus und seine Entstehung, der gerade erst reingestellt worden war. Danach suchte er nach allem, was dazu mittlerweile weltweit veröffentlicht worden war. Alle Forschungsergebnisse und Studien, die in anderen Ländern durchgeführt worden waren, obwohl sie keine neuen Erkenntnisse brachten. Michael wusste schon alles, was darin stand. Er wollte nur wissen, auf welchem Stand die anderen waren. Vielleicht wusste er mehr als jeder andere über dieses Virus. Die Zeit verging schleppend. Seine Arbeit für heute war aber noch nicht getan. Er blickte in sein Postfach. Eine neue E-Mail. Overwood hatte ihm wieder geschrieben. Er verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. Nein, darauf würde er sich nicht einlassen. Dieses Angebot taugte nichts. Vielleicht glaubten diese Leute, er wäre billig zu haben. Aber da hatten sie sich getäuscht. Er biss sich auf die Unterlippe und fragte sich, ob man ihn für dumm hielt. Er schloss die E-Mail, achtete gar nicht mehr darauf und machte sich wieder an seine Arbeit. Er schrieb weiter in dem Word-Dokument, das er noch immer geöffnet hatte. Er tippte und tippte. Inzwischen hatte es einen Umfang von über 180 Seiten. 180 Seiten, die außer ihm wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen verstehen würde. Und er wollte auch nicht, dass irgendjemand sie las. Es gehörte ihm. Und nur ihm. Niemandem sonst. Draußen hörte er das Heulen des Windes und warf einen Blick auf die Straße. Keine Autos waren unterwegs. Das Licht der Straßenlaterne hält in den leeren Asphalt. Die Zweige der Bäume bewegten sich im Wind. Wie lange Finger griffen sie durch die Nacht. Seit dem Ausbruch des Virus waren nur noch wenige Leute auf der Straße unterwegs. Eine seltsame Stille war über die Stadt gekommen. Doch Michael störte sie nicht. Er hatte die Ruhe schon immer gemocht. Und das Gerede von Menschen und der Lärm, den sie machten, hatte ihn von jeher abgestoßen. Am liebsten war er allein. Einfach nur mit sich und seiner Arbeit. Er stand auf, verließ sein Büro und lief durch die leeren Räume. Die anderen Schreibtische waren verwaist und das würden sie für die nächsten Tage und Wochen noch bleiben. Seine Schwester hat ihn angerufen, erst gestern, und sich beklagt, dass alle Konzerte abgesagt worden wären, wo sie doch Karten hätte. Michael hatte nur den Kopf geschüttelt und sich gewundert, was sie immer für Sorgen hatte. Seine Schwester schien gerade wirklich nur das zu kümmern. Aber genau das war die Art von Egozentrik, die alle Menschen an sich hatten. Solche Dinge kümmerten sie nur, wenn sie sie selbst betrafen. Starben irgendwo andere, dann ging es ihr nichts an. Das eigentliche Ausmaß der Krise hatte sich offenbar noch gar nicht erschlossen. Sie hatten es immer noch nicht begriffen. Und alles, was sie interessierte, war, dass das für sie scheinbar ach so wichtige Konzert gestrichen worden war. Michael konnte es nicht verstehen. Und das wollte er eigentlich auch gar nicht. Er hatte seine Schwester noch nie verstanden. Gemocht hatte er sie ebenso wenig. Und deswegen gab er sich auch gar keine Mühe, ihre Gedankengänge begreifen zu wollen. Er ging zum Aufzug, drückte auf den Knopf und wartete, dass er kam. Ein leises Dröhnen war zu hören, als der Aufzug ankam und die schweren Türen aufgingen. Er stellte sich hinein, drückte auf U und wartete. Die Türen schlossen sich. Der Aufzug fuhr los. Tagsüber wurde hier meistens eine ruhige Musik gespielt. Aber jetzt war sie aus. Er hörte nichts als die Fahrgeräusche des Aufzugs, als er langsam nach unten glitt. Michael schloss für einen Moment die Augen. Er war müde und hatte Kopfschmerzen. Wahrscheinlich war er einfach nur überarbeitet. Aber vorhin hatte er sich gefragt, ob er auch das Virus hatte. Die Symptome waren so unspezifisch. Kopfschmerzen, Schwindel, ein Kratzen im Hals und Dinge, die man auch von einer normalen Grippe oder Erkältung haben konnte. Wenn er sich das Zeug eingehandelt hatte, dann wusste er es vielleicht gar nicht. Genau das war das Gefährliche daran. Da draußen liefen wahrscheinlich tausende von Menschen herum, die infiziert waren, es aber gar nicht wussten. Sie gingen weiter ihrem Alltag nach. Sie standen nicht unter Quarantäne und keiner wusste, dass das Virus weiter das Land verteilt wurde. Vor ein paar Wochen hatte man das Versammlungsverbot ausgesprochen und er war sich sicher gewesen, dass es da ohnehin schon zu spät war. Aber allzu sehr machte sich Michael darüber keine Gedanken. Die Aufzugstüren gingen auf und er stieg aus. Der Boden war dunkel und in ihm spiegelten sich die Lampen. Ein kaltes Licht. Künstlich und ohne jede Farbe. Alles hier unten wirkte unnatürlich. Die Wände waren weiß und standen somit in einem starken Kontrast zum dunklen Boden. Durch die Glaswände und Türen konnte man ins Innere der einzelnen Laborräume blicken. Er ging zum Hinteren, schob die Tür auf und trat ein. Hier hatte lediglich er Zutritt. Nur seine Schlüsselkarte funktionierte. Er steckte sie in den Slot und die Tür schwang mit einem mechanischen Surren auf. Michael betrat das Labor, durchquerte es und trat an den Kühlschrank am hinteren Ende. An den Seiten befanden sich Regale voller Proben, Blutproben und einige extrahierte Virusstränge. Man hatte lange Zeit an einem Gegenmittel geforscht, aber bis jetzt nichts gefunden. Er war sich aber sicher, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte. Michael trat an den Schrank, steckte seine Schlüsselkarte in das Schloss und öffnete ihn. Kühlmittel strömte ihm entgegen und der weiße Dampf füllte für einen Moment den Raum. Die Kälte umschloss ihn, aber Michael ignorierte sie. Er streckte seine Hand aus und griff eines der länglichen Röhrchen, die dort gut gesichert in einem der Chrombehältnisse steckten. Er holte eines davon heraus, hielt es kurz gegen das Licht und nahm es dann an sich. Er musste ihn wieder schließen. Diese Proben sollten nicht allzu lange warmen Temperaturen ausgesetzt sein. Als er den Schrank gerade schließen wollte, bemerkte er, wie in dem Dampf des Kühlmittels eine Gestalt neben ihn trat. Michael zuckte zusammen, drehte den Kopf und starrte den dunkelgekleideten Mann direkt an. Für einen Moment war er nur verwundert, denn er hatte gedacht, dass niemand um diese Uhrzeit hier sei. Dann aber wurde ihm klar, dass er sterben würde. Diese Angst überkam ihn von einem Moment auf den anderen. Er wirbelte herum und rannte los. Michael sprintete auf den Gang und lief in Richtung des Aufzugs. Es knallte. Jegliches Licht erlosch und er stand alleine in der Dunkelheit. Wo die Gestalt, die gerade noch neben ihm gewesen war, sich jetzt befand, wusste er nicht. Aber der Mann konnte auch nichts sehen. Es sei denn, er hatte ein Nachtsichtgerät. Michael tastete sich weiter. Er stieß gegen die Wand und stolperte. Hinter sich hörte er Schritte. Panisch tasteten seine Hände die Wände vor ihm ab, fanden eine Klinke und drückten sie herunter. Er stolperte in einen weiteren Laborraum, schloss die Tür hinter sich zu und lief zur Wand. Er musste weg. Er musste weg von hier und zwar so schnell wie möglich. Er tastete nach seinem Handy. Er würde Overboard anrufen. Ihm sagen, dass er das Angebot angenommen hatte. In der Dunkelheit hörte er Schritte, die sich auf ihn zubewegten. Michael stand still. Er bewegte sich nicht. Lauschte nur und fragte sich, ob der Eindring wieder verschwinden würde. Plötzlich knallte es. Das Licht ging wieder an und er sah ihn direkt vor sich stehen. Kapitel 2 Torben Brauer hatte einen schlechten Tag. Im Grunde waren alle Tage, die er in letzter Zeit hatte, schlechte Tage. Sein letzter Fall ließ ihn einfach nicht mehr los und immer und immer wieder musste er daran denken. Er dachte an den verrückten Kindermörder und die Jagd durch die Stadt. Er versuchte zwar diese Dinge hinter sich zu lassen, doch irgendwie waren sie immer noch bei ihm. Und die Lage der letzten Woche hältte seine Stimmung auch nicht gerade auf. Das Wuhan-Virus breitete sich immer weiter aus und immer mehr Menschen erkrankten. Und in Italien stieg die Zahl der Todesfälle weiter und weiter. Experten gingen davon aus, dass die Zahl auch in Deutschland bald steigen würde. Man sprach von katastrophalen Verhältnissen. Und davon, dass alles in den nächsten Monaten noch schlimmer werden würde. Zum einen machte es Taubens Arbeit leichter. Denn in diesen Zeiten gingen nur wenige Leute vor die Tür. Und das bedeutete auch, dass weniger Verbrechen passierten. Aber wirklich half ihm das nicht. Denn er fragte sich, wie lange all das noch weitergehen würde. Torben war kein Mensch, der sich von Verschwörungstheorien oder Weltuntergangsfantasien mitreißen ließ. Aber die Lage beunruhigte ihn trotzdem. Jeden Tag sah er sich die Nachrichten an und las nach, wie viele neue Infizierte es gab. Über die Bundesrepublik verteilt waren es bis jetzt insgesamt etwa 100.000 infizierte Menschen. Und etwa 250 waren gestorben. Aber er wusste, dass es noch schlimmer werden würde. Sah man diese Zahlen im Kontext mit den Toten durch andere Erkrankungen, da waren sie nicht einmal so hoch. Aber Torben hatte in vielen Berichten gehört, dass ihnen das Schlimmste noch bevorstand. Die Zahl der Toten stieg in Italien, wo das Virus schon länger wütete, rapide an und er glaubte nicht, dass Deutschland davon verschont bleiben würde. Torben stand auf, ging ins Wohnzimmer und setzte sich auf die Couch. Er faltete die Hände und blickte auf den stumm geschalteten Fernseher, auf dem die Nachrichten in Dauerschleife liefen. Da er im Moment keinen aktuellen Fall zu bearbeiten hatte, konnte er seine Berichte von zu Hause ausschreiben und musste nicht auf der Arbeit erscheinen. Zum einen war er darum ganz froh, zum anderen fehlte ihm der Kontakt zu seinen Kollegen. Eine Weile sah er sich die Nachrichten noch an, dann stand er auf, ging wieder in die Küche und kochte sich einen Kaffee. Torben fühlte sich müde, die Arbeit fehlte ihm und in letzter Zeit hatte er das Gefühl, jeglichen Antrieb verloren zu haben. Seine Frau meinte, das läge daran, dass er zu vernarrt in seinen Job sei und gar nicht mehr wisse, wie er sich beschäftigen solle, war er einmal nicht auf der Arbeit. Torben hatte gar nichts dazu gesagt, sondern einfach nur geschwiegen. Vielleicht hatte seine Frau recht, wenn er ehrlich war, dann hatte sie sehr oft recht, auch wenn er sich das häufig nicht eingestehen wollte. Stur, sei er, das warf sie ihm manchmal vor, und Torben konnte das nicht so ganz abstreiten. Scheinbar war er dann aber doch nicht so stur, dass es ihr wirklich etwas ausmachte. Immerhin waren sie schon seit 15 Jahren miteinander verheiratet. Worüber denkst du nach? Er dreht ihr den Kopf zu. Christine war ins Wohnzimmer gekommen. Er hatte sie nicht gehört, denn er hatte einen Moment auf gar nichts um Sicherung geachtet. Es ist nichts. Sie nickte, auch wenn sie wusste, dass es nicht stimmte. Dafür kannte sie ihn schon zu lange, und sie wusste auch, diesen Blick zu deuten, den sie jetzt auf seinem Gesicht sah. Torben brühte sich einen Kaffee und blickte nach draußen. Graue Wolken verdunkelten den Himmel. Ein kalter Ostwind fegte durch die Straßen, und die Büsche im Nachbargarten biegten sich hin und her. Die ersten Blumen begannen schon zu blühen, aber die plötzlich einsetzende Kälte ließ sie wieder absterben. Es war, als hätte der Virus die Kälte mit sich getragen, und jetzt würden sie beide zusammen über das Land hereinbrechen. Christine trat neben ihn und seufzte. Es ist wirklich verdammt kalt, meinte sie und grinste. Torben konnte ihr dann nur zustimmen. In den Nächten fielen die Temperaturen wieder weit unter Null Grad, und tagsüber war es auch nicht viel wärmer. Na dann kann das Virus sich wenigstens gut entwickeln, meinte er gehässig, und sie schüttelte den Kopf. Kälte ist nicht unbedingt gut für alle Viren, gab sie zu bedenken. Torben zuckte mit den Schultern. Das mochte schon sein, darüber hatte er sich aber nie wirklich Gedanken gemacht. Vielleicht sollten wir wieder mal einen Film anschauen, sagte er. Die Nachrichten waren langsam leid. Jeden Tag erzählten sie das Gleiche, und Torben konnte es langsam echt nicht mehr hören. Christine stand immer noch in der Tür zur Küche. Um die Zeit etwas tot zu schlagen? Ja, warum nicht? Zum Beispiel alle Star Wars Filme, oder die gesamte Herr der Ringe Trilogie. Einfach irgendetwas, was lange dauert, und uns beschäftigt. Er nickte. Zumindest würde das die düsteren Gedanken und das Gefühl von Einsamkeit und Abgeschiedenheit etwas vertreiben. Raus gingen sie nicht mehr allzu viel, auch wenn kleine Spaziergänge immer noch erlaubt waren. Mit Freunden durften sie sich nicht mehr treffen, genauso wenig konnte man in Cafés oder Restaurants gehen. Es war einfach nicht mehr erlaubt, sich in Gruppen aufzuhalten, und Torben war der Letzte, der diese Regel brechen würde. Er wusste, dass sie notwendig war, und es besser war, wenn man sich daran hielt. Je länger die Ausbreitung des Virus verzögert werden konnte, desto besser. Aber wenn, dann nur die Extended Edition, meinte seine Frau und lachte. Torben zuckte mit den Schultern. Wenn sie es so wollte. Die Extended Edition war noch länger, aber es war ihm recht. Weißt du, ich frage mich manchmal, ob das alles in den nächsten Monaten noch schlimmer wird oder besser. Keine Ahnung, Christine. Aber ich glaube nicht, dass es allzu schnell besser werden wird. Die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag. Zudem ist es ein exponentielles Wachstum. In ein paar Monaten sehen wir vielleicht wirklich erst die Auswirkungen von all dem. Mag sein. Ich hoffe aber, dass es nicht noch schlimmer wird. Wie viel könnten wir schon noch vertragen? Was anderes. Mein Bruder meint, jetzt wäre der richtige Moment, in Aktien zu investieren, sagte sie und grinste. Da mochte sogar etwas dran sein, aber nach Profit stand Torben der Sinne im Moment nicht. Nun, dann soll er das machen. Er stand auf und ging an den hinteren Schrank, in dem sie die DVDs gelagert hatten. Er blieb einen Moment davor stehen und sah sie sich an. Er hat noch darüber nachgedacht, endlich einen Blu-ray-Player zu kaufen, war aber immer noch nicht dazu gekommen. Im Grunde war es ihm auch egal. Mit der Bildqualität der DVD war er zufrieden. Torben war nicht sonderlich anspruchsvoll. Solange das Bild aus mehr als ein paar Pixeln bestand. Und, was soll es sein? Fragte er, und sie zuckte mit den Schultern. Was auch immer du willst. Torben sah sie verwundert an. Es kam nicht allzu häufig vor, dass seine Frau ihm die alleinige Wahl überließ. Ganz egal, um was es ging. Ihm fiel ein, dass er Rainer hatte anrufen wollen und ihn fragen wollte, wie es ihm ging. Bei seinem letzten Einsatz hatte Rainer beinahe sein Leben verloren und seine Kollegin ebenso. Torben dachte manchmal, dass er und Rainer so etwas wie Männer für die Drecksarbeit waren, die sonst keiner machen wollte. Sie übernahmen die Fälle, vor denen die anderen Angst hatten. Sein Handy klingelte, als er gerade eine der DVDs aus dem Schrank genommen hatte. Er seufzte, zog es aus der Tasche und meldete sich. Torben? Es war seine Kollegin Katharina. Ich fürchte, der Sonderurlaub ist zu Ende. Wieso? Was ist passiert? Fragte er sie. Es gibt einen Toten. Ein bekannter Virologe ist ermordet worden. Die Umstände kennen wir noch nicht. Erklärte sie ihm. Torben hielt einen Moment inne, bevor er antwortete. Wie bitte? Ein Virologe? Wie war es dazu gekommen? Warum ein Virologe? Gerade in dieser Zeit. Seine Frau sah ihn fragend an. Sie schien zu wissen, dass der gemeinsame Filmtag nunmehr ins Wasser fiel. Torben redete noch kurz mit Katharina, ließ sich von ihr die Adresse durchgeben und legte dann auf. Tut mir leid. Ich muss los. Ein Mord ist passiert. Erklärte er Christine und diese sah ihn verwundert an. Ein Mord? Ich dachte, die meisten Leute würden nicht einmal mehr rausgehen. Wer bringt da bitte jemanden um? Keine Ahnung. Vielleicht hat jemand unter einem Hüttenkader gelitten. Sagte er zu ihr und ging in den Flur. Er verabschiedete sich hastig, griff seinen Mantel und zog ihn an. Als er nach draußen trat, fickte ihn der kalte Wind entgegen. Michael Schremmer war der Name des Ermordeten. Ein Virologe, der an einem Impfstoff gegen das Wuhan-Virus gearbeitet hatte. Torben hatte ihn in den Medien gesehen. Er war zur Zeit in aller Munde. Es war schwer, ihm irgendwo nicht in der Presse oder im Fernsehen zu begegnen. Wer hatte ihn ermordet? Warum gerade ihn? Er stieg in sein Auto, parkte aus und war froh, dass er dem eisigen Wind wieder entkommen war. Torben bog auf die Hauptstraße ein und stellte fest, wie leer sie war. Ansonsten kämpfte man sich immer durch einen Stau nach dem anderen. Aber zu dieser Zeit wirkte die Hauptstraße fast verlassen. Nur ein paar LKW waren hier und da zu sehen. Dazwischen wenige Pkw. Kapitel 3 Das Labor lag in den Außenbereichen der Stadt, in einer ruhigen Gegend. Pharmatol stand auf einem großen Schild vor dem Eingangsbereich. Ein Pharmazeutikkonzern mit Hauptsitz in Berlin. Schrammer war einer ihrer führenden Wissenschaftler gewesen und er hatte schon vor einigen Wochen verlauten lassen, dass er an einem Heilmittel gegen das Wuhan-Virus arbeite. Torben stellte seinen Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz ab und stieg aus. Wind fuhr ihm entgegen und raschelte in den nahen Bäumen. Laub wehte über den Boden und dessen leises Rauschen begleitete ihn, als er hastig über den Parkplatz in Richtung des Labors lief. Es war eine einsame Gegend, vor allem jetzt. Auf der anderen Straßenseite lag eine Klinik für psychisch Kranke, die man in diesen Zeiten abgeschottet hatte und daneben stand eine alte Lagerhalle. In der Ferne sah er Wohnhäuser. In keinem davon brannte Licht, obwohl es heute ein Tag war, an dem es gar nicht richtig hell werden wollte. Eine Frau mit einem Hund lief die Straße hinab und warf einen misstrauischen Blick auf Torben, als er vorüberging. Er grüßte sie nicht, sondern wandte sich nach rechts und ging die Einfahrt des Labors hinauf. Es lag auf einem Hügel, ein grauer Kasten, dessen obere Etage aus Glas bestand und von der aus man die umliegenden Häuser überblicken konnte. Hier hat man also an der Rettung des Landes gearbeitet, dachte er bei sich. Etwas überdramatisch vielleicht. Oder in Anbetracht dessen, wie schlimm die Lage noch werden konnte, auch wiederum nicht. Polizisten standen an der Einfahrt. Sie alle schienen zu frieren. Die Wiese war nass und die kahlen Büsche, die die Auffahrt säumten, wackelten sanft im Wind. Der Garten wirkte feucht, unangenehm und passte sich dem kalten Wetter an. Einer der Polizisten drehte den Kopf, als er ihn kommen sah und ging ihm entgegen. Kommissar Bauer, gut, dass Sie endlich da sind. Torben gab ihm nicht die Hand. Das machten sie schon lange nicht mehr. Auch wenn er es fast schon vermisste. Es war eine Geste, die sich so in seinen Verstand eingeprägt hatte, dass es schwer war, sie wieder loszuwerden. Seinem Gegenüber schien es genauso zu gehen. Wo ist er? fragte er und der Polizist deutete auf das Gebäude. War unten in seinem Labor, als er ermordet wurde. Keiner hat eine Ahnung, wie da überhaupt jemand hereingekommen ist, meinte er und zuckte mit den Schultern. Torben wusste es auch nicht. Wie er gehört hatte, brauchte man eine Zugangskarte, um dort überhaupt Zutritt zu bekommen. Er ging weiter und blieb einen Moment vor der Tür stehen. Sie stand offen und daneben sah er ein Kartenlesegerät. Wie es schien, brauchte man wirklich eine Karte, um hineinzukommen. Wie seid ihr hier hereingekommen? fragte er die Polizistin, die im Eingangsbereich stand. Sie blickte auf und runzelte die Stirn. Die Tür war schon offen. Das komische ist, dass hier niemand ist. Wie? Wer hat denn dann die Leiche gefunden? fragte er nach. Er war verwirrt und sie schien es genauso zu sein. Eine Frau morgen, aber sie ist nicht hier. Wir wissen nicht, wer sie ist und wo sie sich aufhält. Ansonsten ist auch niemand hier, aber das mag daran liegen, dass viele Angestellte nicht zur Arbeit erscheinen. Hier? In dem Labor? Das glaube ich nicht, meinte Torben und ging an ihr vorbei. Es sei denn, hier arbeiten auch viele Leute als Büroangestellte. Die sind jetzt vielleicht zu Hause, aber die Laboranten braucht man doch im Moment mehr denn je. Torben sah sich einen Moment um. Die Eingangshalle war groß, fast schon protzig, wie er fand. Die Wände indes waren kalt und schmucklos. Bilder gab es keine, genauso wenig wie einen Teppich. Torben blieb nicht lange in der Halle. Er wandte sich nach rechts und folgte dem langen Gang, bis er zum Aufzug kam. Auch hier stand ein Polizist und sah sich unruhig um. Es schien ihm nicht zu gefallen, hier zu sein. Als fürchte er, hier wäre die Chance, krank zu werden, noch viel höher. Torben nickte ihm nur kurz zu, ging an ihm vorbei und suchte nach der Treppe. Den Aufzug wollte er nicht benutzen, denn dort konnten sich immer noch Spuren des Täters befinden. Also wollte er die Knöpfe nicht berühren. Die Treppe führte in einer Kurve nach unten. Dort hing das einzige Bild, das er bis jetzt je gesehen hatte. Es zeigte ihren Gründer, Heinrich Meuschels, der fast schon überheblich auf jeden Besucher herablächelte. Torben blieb stehen und blickte eine Weile zu ihm auf, sah ihm in die kalten blauen Augen und ging dann weiter. Er dachte an den Toten, Michael Schrammer. Er hatte ihn niemals getroffen, nur ein oder zweimal im Fernsehen gesehen, aber von Anfang an war ihm dieser Mann unsympathisch gewesen. Er konnte nicht sagen, woran es eigentlich genau lag, aber er hatte ständig das Gefühl, dass er mehr wusste, als er eigentlich sagte. Torben kam unten an und vor ihm lag das Labor, das genauso schmucklos und kalt war, wie der obere Bereich der Anlage. Katharina kam ihm entgegen. Sie trug ihre hellbraunen Haare heute offen und nicht wie sonst zu einem Zopf gebunden. Er liegt in Raum C-004, begrüßte sie ihn. Ich freue mich auch, dich zu sehen, meinte er mit einem kurzen Grinsen und sie zuckte mit den Schultern, wies mit der Hand auf einen der Räume und drehte sich dann um. Die einzelnen Laborräume waren nicht voneinander abgeschottet, nur dünne Glaswände dränden sie und man konnte in jeden von ihm aus dem Gang heraus einfach hineinblicken. Die Leute von der Spurensicherung in ihren weißen Anzügen waren bereits in dem Raum, wo Michael Schrammer am Boden lag. Er lag in einer Lache seines eigenen Blutes und seine Kleidung war davon besudelt. Jemand hatte mehrmals auf ihn eingestochen und ihn dann, wahrscheinlich als er schon sterbend am Boden gelegen hatte, noch einmal in die Brust gestochen. Näheres würden die Untersuchungen ergeben. Torben ging an den hohen Labortischen vorbei, die an der Wand standen und blickte auf die Leiche. Schrammer starrte ausdruckslos zur Decke. In seinen Augen lag Angst, aber auch Wut. Anders konnte er diesen Ausdruck, den er dort sah, nicht beschreiben. Er war wohl alleine hier, bis spät in die Nacht noch gearbeitet, sagte Katharina und trat neben ihn. Wo ist eigentlich die Frau, die ihn gefunden hat? fragte er sie und sie sah ihn nur ratlos an. Sie wusste es also auch nicht. Das war seltsam. Warum war diese Frau verschwunden? Weil sie vielleicht die Mörderin war und den Mord selbst begangen hatte? Aber warum? Und gab es hier eigentlich keine anderen Mitarbeiter? Torben kratzte sich am Kopf. All das kam ihm seltsam vor. Er sah sich um, fand in dem Raum auf den ersten Blick aber keine weiteren Spuren. An den Seiten befanden sich hohe weiße Schränke, in denen alle möglichen medizinischen Utensilien gelagert waren. Auf den Etiketten standen Namen, die er noch nie gehört hatte. War es möglich, dass jemand hier eingebrochen war, um irgendetwas davon zu stehlen? Vielleicht war Schrammer gar nicht das Ziel, sondern einfach nur im Weg gewesen. Andererseits schien ihn jemand mit äußerster Wut niedergestochen zu haben und es sah so aus, als hätte der Täter ihn gehasst. Nachdenklich trat Torben auf den Gang. Ihm fiel auf, dass die Tür zu einem der hinteren Räume ebenfalls offen stand. Habt ihr die Tür aufgemacht? fragte er die Polizisten. Katharina schüttelte den Kopf. Nein, die war schon offen. Wahrscheinlich ist er dort rausgekommen und wurde dann vom Täter überreift. Mutmaßte sie. Das konnte gut sein, aber warum hatte der Täter ihn nicht auf dem Gang getötet? Hatte Schrammer ihn bemerkt und war dann in den anderen Laborraum geflohen? Warum? Er hätte auch zum Aufzug oder zur Treppe laufen können und versuchen, nach oben zu fliehen. Warum war er in das Labor gelaufen, das eine Sackgasse war? Dort hatte er in der Pfade gesessen. Torben trat in den hinteren Raum und sah sich um. Er glich dem Labor, in dem Schrammers Leichnam lag, aber war etwas kleiner. Am hinteren Ende befand sich ein Kühlgefäß. Er konnte nicht erkennen, was darin gelagert war. Im Inneren schienen sich Proben von etwas zu befinden. Torben wusste aber nicht, um was es sich dabei handelte. Nur mit einer Chipkarte kam man überhaupt ins Innere dieses Schrankes. Sie mussten irgendeinen Mitarbeiter dieser Einrichtung finden. Er blieb einen Moment stehen und fragte sich, was sich wohl in diesem Gefäß befand. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als hätte hier vor kurzem jemand etwas entnommen, meinte er. Katharina trat an seine Seite. Sie blickte einen Moment ins Innere des Behältnisses und dann nickte sie. Ja, scheint so. Schrammer vielleicht? Keine Ahnung. Entweder er oder die Person, die ihn ermordet hat. Hast du eine Ahnung, was das ist? Nein, absolut keine. Vielleicht irgendwelche Proben? Ein Impfstoff? Er nickte. Das hatte er sich auch schon gedacht. Aber warum sollte jemand das stehlen? War es nicht im Sinne der Allgemeinheit, dass endlich ein Impfstoff gegen das Wuhan-Virus entwickelt wurde? Selbst wenn jemand Angst hatte und den Impfstoff nur für sich alleine haben wollte, dann konnte er sich nicht einmal sicher sein, dass dieser überhaupt fertig war. Weißt du, was mich wundert, meinte Katharina und er schüttelte mit dem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was sie meinte, denn im Moment wunderte ihn sehr viel. All das hier ergab nicht allzu viel Sinn. Ich habe gehört, die hätten Wachmänner hier. Schrammer hätte sie angeheuert. Ich frage mich, wo die eigentlich gewesen sind. Wachmänner? Wie kommst du darauf? Ein Freund von mir arbeitet für die Zeitung und die wollten einen Bericht über das Labor schreiben. Er war hier in der Nähe mit einem Fotografen und laut ihm waren auf dem Gelände mehrere bewaffnete Wachmänner. Er wollte das Ganze in der Zeitung abdrucken, aber irgendwer hat den Bericht geblockt. Kann mir gut vorstellen, dass da irgendeine Lobby von der Firma dahinter steckt, meinte sie mit einem Schulterzucken. Wachmänner, das war seltsam. Dann hätten sie scheinbar tatsächlich gefürchtet, dass jemand hier einbrechen könnte. Aber wer? Wer würde in ein Labor einbrechen? Hier gab es nichts von Wert, oder? Zumindest nichts von materiellem Wert im klassischen Sinne. Und das war es, auf was es die meisten Verbrecher abgesehen hatten. Seltsam. Ist er sich da sicher? Er hat mir sogar die Bilder gezeigt. Da waren wirklich Wachmänner. Aber wieso? Da habe ich keine Ahnung und er genauso wenig. Tauben schüttelte den Kopf. Wenn sie wirklich Wachmänner gehabt hatten, dann mussten sie irgendjemanden gefürchtet haben. Das Gelände war nicht leicht zugänglich. Ein hoher Zaun schirmte es von der Straße ab und trotzdem schien man geglaubt zu haben, dass man Wachen bräuchte. Was habt ihr hier versteckt? Wummelte Torben und widerstand dem Drang, sich durch die Haare zu fahren. Das machte er öfter, wenn er nachdachte. Aber in letzter Zeit hatte er versucht, sich diese Geste abzugewöhnen. In Zeiten des Virus war es besser, wenn man sich gar nicht mehr ins Gesicht fasste. Ich habe keine Ahnung und wenn du mich fragst, dann sollten wir versuchen, mit einem Verantwortlichen der Firma zu reden, schlug Katharina vor. Er nickte. Irgendjemand von Pharma-Toll musste ja schließlich wissen, was man hier gemacht hatte. Aber die Frage war, ob sie es ihnen sagen würden. Ich glaube, er war hier, meinte er nachdenklich und trat an den Schrank. Vielleicht hat er etwas aus diesem Schrank geholt oder wollte er etwas überprüfen. Hier ist er dann angegriffen worden, drehte sich um und rannte aus dem Raum. Die Frage ist nur, warum ist er nicht zum Aufzug gelaufen? Vielleicht war der Täter vor ihm oder im Aufzug oder er stand im Gang, sodass Schrammer nicht rauskam. In Panik ist er dann in den anderen Laborraum gerannt, schlug Katharina vor. Das konnte sein, aber Torben fragte sich, warum die Tür des hinteren Labors noch offen stand. Am Boden lagen zersplitterte Flaschen. Wahrscheinlich hat der Schrammer sie umgestoßen, als er weggelaufen war. Ich glaube, er wurde hier angegriffen. Siehst du die Flaschen? Die hat er entweder umgeworfen, als er geflohen ist, oder sie sind während eines Kampfes zu Bruch gegangen. Er wies mit der Hand auf die Stelle, die vom gesplitterten Glas bedeckt war. Katharina hatte keine Einwände. Ich denke, du hast recht, meinte sie. Aber das erklärt nicht, warum er nicht nach oben gelaufen ist. Selbst wenn er in Panik war, es macht doch keinen Sinn, nicht einfach geradeaus weiter zu laufen. Torben musste zugeben, dass das stimmte. Verletzt war er wahrscheinlich noch nicht gewesen, sonst hätten sie Blutspuren auf dem Gang finden müssen. Da waren aber keine. Also ging er davon aus, dass Schrammer erst im zweiten Labor verwundet worden war. Vielleicht war da noch ein Angreifer, oder vielleicht war das Licht aus? Katharina sah ihn stönerunzelnd an. Selbst wenn das Licht auskam, war, warum ist er dann nicht einfach geradeaus weitergelaufen? Vielleicht hatte er die Orientierung verloren. Oder er dachte, er könne sich in dem Raum vor seinem Verfolger verstecken. Ich weiß nicht, wie fit Schrammer war, aber er glaubte vielleicht seinem Angreifer nicht entkommen zu können. Oder er suchte in diesem Raum etwas. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Torben seufzte. Er hasste es, wenn es unzählige Möglichkeiten gab, denn das machte alles nur noch komplizierter. Ohne ein weiteres Wort trat er zurück auf den Gang. Torben ging nach oben. Er wollte sich den Arbeitsplatz des Virologen ansehen. Vielleicht fand sich da ja noch etwas. Hier unten in dem Labor gab es nichts mehr zu tun. Er warf noch einen Blick auf die Leiche des Mannes, der noch immer starr zur Decke blickte und ging dann nach oben. Der obere Bereich des Gebäudes, in dem die Büroräume lagen, war offener und der Boden aus dunklem Marmor. Trotzdem wirkte auch hier alles klinisch und kalt. Er warf einen kurzen Blick in die zumeist leeren Büroräume und öffnete dann die Tür zur Schrammers Raum. Eine Topflanze stand auf dem Tisch, daneben ein halb ausgetrunkenes Glas Wasser. Der Computer des Virologen war heruntergefahren und er hatte ihn auch gestern Abend nicht mehr angemacht. Torben zog sich Handschuhe an, ging neben dem Computer in die Hocke und drückte auf den Einschaltknopf. Nichts passierte. Er drückte ihn erneut und wartete. Ist der Strom weg? fragte er Katharina und wandte sich ihr zu. Sie zuckte nur mit den Schultern, denn sie wusste es nicht. Als sie den Lichtschalter betätigte, ging das Licht an. Am Strom liegt es also nicht, meinte Torben und seufzte. Vielleicht war der Computer kaputt oder jemand hatte ihn beschrieben. damit sie nicht auf die Daten darauf zugreifen konnten. Was auch immer der Grund war, er konnte nur hoffen, dass ein Spezialist noch auf die Daten der Festplatte zugreifen konnte. Vielleicht ist gestern der Strom ausgefallen, deswegen hat sich Schrammer unten in dem Labor auch nicht mehr ausgekannt und dabei ist der Computer dann kaputt gegangen, meinte Katharina und zuckte mit den Schultern. Das konnte theoretisch sein. Torben glaubte aber nicht daran. Wahrscheinlich hatte man den Computer gezielt manipuliert und beschädigt, sodass die Daten verloren waren. Dafür ihn mitzunehmen, hatte der Täter keine Zeit gehabt. Aber nach was hätte man hier eigentlich gesucht? Warum war der Täter hierher gekommen? Was hat er sich davon versprochen? Was befand sich auf diesem Computer, dass jemand so erpicht darauf war, dass sie es nicht erfuhren? Wir sollten seine Telefonverbindung überprüfen, seinen Computer und alles, was uns weiterhelfen kann. Und dann sollten wir irgendjemanden finden, der auch hier gearbeitet hat. Es kann doch nicht sein, dass die alle verschwunden sind. Torben richtete sich auf und seufzte. Dieser Fall gefiel ihm nicht. Schon von Anfang an hatte er das Gefühl, dass alles aus dem Ruder lief. Die Dinge passten nicht zusammen. Er verstand nicht, warum man Schrammer ermordet hatte. Wenn du mich fragst, dann sollten wir mal mit den Leuten von Pharmathol sprechen. Da wird uns schon irgendjemand sagen können, an was Schrammer hier eigentlich gearbeitet hat. Meinst du nicht? Schlug Katharina vor. Sie hatte recht. Es würde das Beste sein. Aber Torben wurde das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmte. In diesem kleinen Labor hatte man an mehr geforscht, als nur an einem Mittel gegen das Virus. Er wusste nicht, woher dieser Gedanke kam. Aber er übermannte ihn von einem auf den anderen Moment. Kapitel 4 Ein kühler Wind fegte über den Friedhof, als Sandra mit Blumen in der Hand zum Grab ihres Vaters ging. Eigentlich hatte sie die Blumen schon letzte Woche austauschen wollen, aber sie war nicht dazu gekommen. In letzter Zeit ging sie nicht mehr viel aus dem Haus. Sie vermied jeglichen Kontakt mit den Menschen, denn sie hatte Angst. Angst, dass das Wuhan-Virus auch sie heimsuchen könnte. Sie litt unter einer geschädigten Lunge, und wenn sie sich eine Infektion einhandelte, dann würde das wahrscheinlich ihren Tod bedeuten. Noch wollte sie ihrem Vater nicht ins Grab folgen. Auf dem Friedhof war es leer. Niemand war zu sehen, außer dem Gärtner, der in der Ferne etwas Laub zusammenbrächte. Gedanken verloren ging sie den kleinen Weg rechts der hohen Hecke entlang. Die Sonne wurde vom Dach der Bäume über ihr abgeschirmt. Der Friedhof war groß, und sie war schon seit längerer Zeit nicht beim Grab gewesen. Für einen Moment hatte sie verharrt und sich überlegt, wo sie eigentlich war und wo genau das Grab lag. Nach einiger Zeit hatte sie den Weg dann gefunden, und jetzt trottete sie langsam zwischen den Reihen der Grabsteine entlang. Wie immer warf sie einen Blick auf diese, wunderte sich, wie klein und unbedeutend manch im Vergleich zu anderen erschienen und las die Namen, die in sie gemeißelt waren. Trauer begriff sie, wenn sie daran dachte, wie kurz das Leben mancher Menschen gewesen war. Sie kannte ihre Geschichten nicht, wusste nichts über sie, und doch fragte sie sich, warum diese Menschen so früh hatten sterben müssen. Tief in sich hoffte sie, dass es ihr nicht auch so ergehen würde. Bis jetzt war immer alles glimpflich verlaufen. Weder sie noch jemand in ihrem Umfeld hatte sich angesteckt. Sie war vorsichtig, sehr vorsichtig. Das war sie schon immer gewesen. Ihre Hände desinfizierte sie sich stets, fasste nichts an, was nicht unbedingt angefasst werden musste, und öffentliche Verkehrsmittel benutzte sie schon lange nicht mehr. Schon vor dem Ausbruch des Virus hatte sie sich so verhalten. Sie wusste, wie viele Bakterien und Viren überall im Umlauf waren. Sandra hatte viel darüber gelesen, Artikel in Wissenschaftszeitschriften, aber auch einfach nur Erfahrungsberichte in Onlineforen. Sie hatte Angst und war lieber vorsichtig, als eine Infektion zu riskieren. Das Grab ihres Vaters lag am Rande des Friedhofs unter einer hohen Birke, die einen langen Schatten auf die Grabsteine vor ihr warf. Sandra holte die alten Blumen aus der Vase und stellte die neuen hinein. Sie faltete die Hände und blickte eine Weile auf den Grabstein herab. In diesem Moment vermisste sie ihren Vater. Gerne hätte sie mehr mit ihm geredet und ihn noch einmal in den Arm genommen. Hinter ihr raschelte das Laub. Sie drehte den Kopf, aber da war niemand. Eine Weile verblieb sie dort. Dann drehte sie sich um und ging langsam davon. Der Wind strich ihr durch die Haare und sie froh. Ihre Jacke war zu kühl für diese Jahreszeit, aber sie hatte zu Hause nicht nach einer anderen suchen wollen. Rechts von ihr lehnte eine Frau an einem Grabstein. Sandra blieb stehen, drehte den Kopf und sah sie an. Die kalten, toten Augen der Frau schauten ihr entgegen. Sie hielt inne, wandte den Blick nicht ab und brauchte einige Sekunden, um zu verstehen, was sie dort überhaupt sah. Als sie die Frau dort entdeckt hatte, hatte sie zunächst gedacht, sie würde einfach nur auf dem Grab sitzen. Vielleicht eine Betrunkene nach einer langen Nacht. Nach einem kurzen Moment aber hatte sie verstanden, dass die Frau tot war. Sie hatte das Blut auf ihrer Kleidung gesehen und den Schnitt, der ihrem Kopf fast von ihrem Körper trankte. Die Blumen fielen ihr aus der Hand und landeten vor ihr auf dem Kiesweg. Sandra stolperte zurück und dann entfuhr ihr ein Schrei. Kapitel 5 Rainer zündete sich eine Zigarette an, stieg aus und schlug die Tür seines Autos geräuschvoll hinter sich zu. Eisiger Merzwind fickte ihm entgegen. Er ignorierte ihn und überquerte den kleinen Parkplatz, trat an das Nebentor des Friedhofs und schob es auf. Ein unangenehmes Quietschen entfuhr dem alten Eisentor, als er eintrat. Blätter raschelten über den Weg und ein Mann blickte ihn aus der Ferne an. Er war alt, seine Haare fielen ihm aus und sein Blick war voller Sorgen. Rainer grüßte ihn nicht. Stattdessen machte er einen Bogen um den Mann und ging auf die beiden Streifenpolizisten zu, die er weiter hinten mit einer verwirrten Frau reden sah. Die Haare der Frau waren blond. Sie trug eine Jacke, die er wie eine Sommerjacke wirkte und immer wieder sah sie sich nervös um. Rainer wusste ohne ein Wort mit ihr gesprochen zu haben, dass sie diejenige war, die Leiche gefunden hatte. Er erkannte das Verhalten von seinen bisherigen Fällen. Diejenigen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Leiche fanden, wirkten, als ob der Teufel höchst persönlich hinter ihnen her war. Als sie ihn kommen sah, drehte sie kurz den Kopf und starrte ihn einen Moment lang an. Kommissar Rainer Neumann, normalerweise würde ich ihnen die Hand geben, aber unter diesen Umständen lassen wir das besser. Begrüßte er sie und die Frau nickte. Rainer war eigentlich ganz froh über diese Entwicklung. Er hatte noch nie sonderlich viel Wert darauf gelegt, jemanden die Hand zu schütteln. Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht der Frau, dann verschwand es wieder. Sie haben die Leiche also gefunden? Ja, ich war im Grab meines Vaters und auf dem Rückweg habe ich sie dort an einem Steinlehnen sehen. Wer tut so etwas? Und das in so einer Zeit, da sollten die Menschen doch zusammenhalten und nicht... stotterte sie. Das war durchaus eine berechtigte Frage, aber es gab immer Menschen, die eine Krise nicht kümmerte oder die ihrem Drang nicht widerstehen konnten. Rainer hatte sie zur Genüge getroffen. Ist ihnen irgendetwas aufgefallen? Fragte er sie und sie schüttelte den Kopf. Ansonsten hatte sie ihm nicht viel zu sagen. Sie war nur hierher gekommen, um die Blumen am Grab ihres Vaters auszutauschen und hatte die Leiche dabei zufällig gefunden. Wären mehr Menschen hier gewesen, dann hätte man sie wahrscheinlich schon früher gefunden, denn er glaubte, dass sie noch bei Nacht oder zumindest Dämmerung hier abgelegt wurde. Rainer ging an ihr vorbei, näherte sich der Leiche und betrachtete sie aus einiger Entfernung. Die Frau war vielleicht Mitte 50, relativ klein und ihre Haare waren lockig und braun. Blut war aus dem Schnitt in ihrer Kehle auf ihre Bluse geflossen und inzwischen angetrocknet. Lange tot war sie aber noch nicht, da war er sich sicher, auch wenn er kein Forensiker war. Wahrscheinlich war sie letzte Nacht ermordet und hier abgelegt worden. Möglicherweise hatte man sogar vorgehabt, sie zu vergraben, war dabei aber gestört worden. Die Augen der Frau waren leer, ihr Kopf auf ihre Brust gesunken. Er glaubte nicht, dass sie vor ihrem Tod lange gelitten hatte, denn an ihrem Körper sah er kaum weitere Verletzungen. Sie schien einfach durch den Schnitt in die Kehle getötet worden zu sein. Ein schneller und effektiver Mord. Es sah aus, als hätte der Mörder nicht zum ersten Mal getötet, denn der Schnitt schien äußerst präzise zugefügt worden zu sein. Ein Serienkehler vielleicht, der schon mehrmals auf diese Art und Weise getötet hatte, oder zumindest jemand, der mit einem Messer umgehen konnte. Rainer zog sich Handschuh an und griff in die Tasche des Opfers. Sie hatte keine Papiere und auch keinen Geldbeutel bei sich. Nichts. Der Täter musste es entfernt haben, auch wenn es für ihn nicht nach einem Raubmord aussah. Wenn es einer war, dann ein äußerst ungewöhnlicher, denn er kannte keine Fälle, in denen Opfer bei einem Raubmord so präzise getötet und dann an einem anderen Ort abgelegt worden waren. Sie trug keine Jacke, von daher ging er nicht davon aus, dass sie hier umgebracht worden war. Okay, hört euch mal um, ob irgendwer was gesehen hat oder gehört hat oder sonst was mitbekommen hat. Er wandte sich den beiden Polizisten zu, eine davon nickte und der andere begleitete Sandra zu ihrem Auto und stellte ihr dabei noch ein paar Fragen. Rainer glaubte, dass das unnötig war. Sie schien nichts zu wissen. Sie hatte die Leiche lediglich gefunden und sie würde ihnen keine Hilfe sein. Weiter hinten sah Rainer den Friedhofsgärtner, der sich von alledem nicht stören ließ. Er rechte ganz seelenruhig das Laub zusammen und blickte nur auf den Boden und seinen Rechen. Rainer holte Luft und ging auf den Mann zu. Was ist denn passiert? fragte der Mann, als er an ihn herantrat. Rainer kam gar nicht dazu, sich vorzustellen oder gar selbst eine Frage zu stellen. Auf ihrem Friedhof liegt eine Leiche. Naja, hier liegen wahrscheinlich viele, aber diese hier liegt nicht unter der Erde, meinte Rainer und der Gärtner runzelte die Stirn. Das gibt's doch nicht. Hat irgendein Penner eine Leiche ausgegraben oder was? fragte der Mann voller Wut und Rainer schüttelte den Kopf. Nein, unter der Erde hatte diese Frau noch nie gelegen. Nein, aber die Frau ist vor kurzem ermordet worden und irgendjemand muss sie vor nicht allzu langer Zeit hier abgelegt haben. Haben Sie irgendetwas beobachtet? Ihr Ernst? Wenn ich beobachten würde, wie hier jemand eine Leiche ablegt, dann würde ich dem Kerl aber was erzählen, meinte der Gärtner wütend. Naja, dass Sie es nicht direkt beobachtet haben, konnte ich mir fast schon denken, aber ist Ihnen vielleicht irgendjemand verdächtiges aufgefallen, der hier in den Morgenstunden herumgelaufen ist? Der Gärtner schüttelte den Kopf. Wissen Sie, ich achte nicht allzu sehr auf die Leute, die hierher kommen. Das sind nur irgendwelche Gestalten, die vorüberziehen. Die kenne ich ja alle gar nicht, also haben sie für mich auch keine Bedeutung. Ich kümmere mich nur um meine Arbeit und gut ist. Rainer nickte. Er konnte es irgendwie verstehen. Ihn kümmerten die Leute auch nicht und er fokussierte sich lieber auf seine Arbeit. Gut, meinte er knapp, drehte sich wieder um und ging zurück zu den beiden Polizisten. Die Forensiker betraten inzwischen den Friedhof und einer der Polizisten schickte einen Mann weg, der zum Grab seiner Frau wollte. Diesem schien es nicht wirklich zu gefallen und auch von Sicherheitsabstand schien er noch nichts gehört zu haben. Rainer musste an sich halten, um nicht laut zu werden. Kapitel 6 Der junge Mann, der vor ihm am Computer saß, murmelte leise vor sich hin und schüttelte mehrmals den Kopf. Das gefiel Tauben nicht. Er hatte das Gefühl, dass die Festplatte des Rechners nicht mehr zu retten war. Wenn das der Fall war, dann konnten sie die gesamten Daten vergessen und sie würden vielleicht niemals erfahren, an was Michael Schrammer eigentlich gearbeitet hatte. Möglicherweise machte sich Tauben einfach zu viele Gedanken und es war nichts weiter als dieser Impfstoff gewesen und umgebracht hatte man ihn aus einem ganz anderen Grund. Möglich war alles, aber er glaubte nicht daran. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, Schrammers Computer zu zerstören. Das musste bedeuten, dass irgendetwas Wichtiges darauf war. Theoretisch konnte es auch nur der Versuch des Täters sein, eine falsche Spur zu legen, aber das schien Tauben dann doch zu unwahrscheinlich. Wer würde sich so viel Arbeit machen? Wenn der Täter Schrammer aus einem anderen Grund hatte ermorden wollen, so hätte er das wahrscheinlich getan und dann die Einrichtung möglichst schnell verlassen. So hätte es Tauben zumindest gemacht. Er wäre nicht länger dort geblieben und hätte damit riskiert, noch mehr Spuren zu hinterlassen. Die Festplatte wurde gelöscht und danach wurde der Computer schwer beschädigt. Ich kann versuchen, das wieder herzustellen, aber es wird einige Zeit dauern und versprechen kann ich Ihnen nichts, sagte der Informatiker. Tauben nickte. Tief in sich hatte er so etwas schon erwartet. Erfolgschancen. Schwer zu sagen. Ich muss mir das System erst einmal genauer ansehen. Ich ruf sie aber an, sobald sich was tut, versprach ihm der Techniker. Gut, danke. Ich hoffe, dass das zu etwas führt. Eine andere Spur haben wir nicht wirklich, sagte Tauben. Drehte sich um und verließ den Raum wieder. Es erschien vielleicht unhöflich, aber er hatte noch viel zu tun und in letzter Zeit hielt er sich ohnehin nicht länger als nötig in der Gesellschaft anderer Leute auf. Er und Katharina mussten mit den Leuten von PharmaTall reden. Vielleicht konnten die ihnen irgendetwas sagen. Katharina hatte bereits ein kurzes Telefonat mit einem der Vertreter der Firma geführt. Dieser hatte ihr aber nur erstaunlich wenig über die Arbeit von Schrammer sagen können. Ich war mir nicht sicher, ob er es mir einfach nicht sagen wollte oder nicht konnte. Es schien so, als wäre Schrammers Arbeit streng vertraulich gewesen und kaum jemand hätte darüber wirklich etwas gewusst. Aber wie gesagt, er kann mich auch einfach angelogen haben. Tauben setzte sich zu Katharina an den Tisch, griff seine Tasse und trank den Rest Kaffee. Was für ein Eindruck machte der Typ am Telefon auf dich so? Wollte er wissen und sie zuckte mit den Schultern. Naja, ich hab nur kurz mit ihm gesprochen. Eigentlich hat er einen ganz normalen Eindruck auf mich gemacht. Zumindest ist mir nichts Merkwürdiges aufgefallen. Ich glaube, die haben dort ziemlich viel von Schrammers Arbeit geheim gehalten. Deswegen wusste der Typ auch nichts. Aber warum? Warum sollten die versuchen, die Arbeit an einem Gegenmittel geheim zu halten? meinte Tauben und wieder kam ihm der Gedanke, dass man wohl noch an irgendetwas anderem geforscht haben musste. Was, wenn die nicht an einem Gegenmittel geforscht haben, sondern irgendetwas anderes noch geheim halten, Tauben? Erklang eine Stimme hinter ihm. Tauben liebte es, wenn Leute sein Büro betraten, ohne zu klopfen. Aber vielleicht hätte er auch einfach die Tür schließen sollen. Tauben drehte sich um und sah einen Mann an der Tür zu seinem Büro stehen. Er war relativ groß und trug einen Mantel, darunter eine Anzugweste. Wie immer hatte er einen Dreitagebart und sein Gesichtsausdruck war grimmig wie eh und je. Es war Rainer Neumann, einer seiner Kollegen, mit dem er schon längere Zeit nichts mehr zu tun gehabt hatte. Rainer, begann er. Dieser trat ein und ergriff das Wort, bevor Tauben noch irgendetwas sagen konnte. Diese Firma, mit der stimmt irgendetwas nicht. Hab gehört, dass du an dem Fall arbeitest. Rainer schritt durch den Raum. Er sah weder ihn noch Katharina an. Die sind mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, weißt du. Ein seltsamer Verein. Anders kann man das nicht sagen. Heuern andauernd Wissenschaftler aus dem Ausland an, aber keiner weiß wofür. Angeblich war es Schrammer selbst, der diese Leute wollte, aber für welche Projekte, das weiß kein Mensch. Rainer ging zum Fenster und blickte auf die Straße. Ich freue mich übrigens auch dich zu sehen, meinte Tauben und grinste. Rainer sagte nichts, er starrte nur zum Fenster hinaus. Nach einiger Zeit machte er es auf und steckte seine Zigarette an. Hey, es wird kalt, meinte Katharina entrüstet, aber das schien ihn nicht zu stören. In seinem Büro rauchte er immer am Fenster, ganz egal, wie kalt es war. Was genau ist eigentlich passiert? Habt nur gehört, dass ihr beide an einem Fall, der mit Pharmator zu tun hat, dran seid. Michael Schrammer ist ermordet worden. Jemand fand ihn heute Morgen in seinem Labor. Wirklich eine Spur gibt es jedoch noch nicht, erklärte Tauben ihm. Er stand ebenfalls auf und trat zu Rainer ans Fenster. Warum interessiert dich das so? Ich meine, ist kein Problem, wir können gerne darüber reden, aber normalerweise kümmern dich die anderen Fälle doch auch nicht so, außer du hast etwas mit ihnen zu tun, meinte Tauben. Rainer sah ihn kurz an und seufzte. Wisst nur, dass ich einige seltsame Dinge über diesen Laden gehört habe und über Schrammer auch, brummte er und zog an seine Zigarette. Tauben rauchte schon seit 15 Jahren nicht mehr, aber im Moment überkam auch ihn die Lust auf eine Zigarette. Rainer schien es zu bemerken, denn er hielt sie ihm wortlos entgegen. Nein, ich habe aufgehört und ich denke, es ist besser, wenn ich auch nicht wieder anfange, meinte er mit einem müden Lächeln. Ich denke auch schon seit Jahren darüber nach aufzuhören, aber tu es dann doch nicht, ist echt ein Teufelskreis. meinte Rainer. Es gibt noch was, was ich dir erzählen möchte. Hast du Lust, etwas rauszugehen? Ja, warum nicht? antwortete Tauben und warf Katharina einen fragenden Blick zu. Nein, ich bleib drin, mir ist so schon kalt genug und einer sollte hier sein, falls die Rechtsmedizin anruft, sagte sie matt. Alles klar, meinte Tauben und schlüpfte in seine Jacke. Rainer hatte das Büro bereits wieder verlassen und wartete auf dem Gang auf ihn. Er wirkte abwesend und Tauben fragte sich, woran er dachte. Erst als sie draußen waren und durch den schwachen Nieselregen gingen, begann Rainer wieder zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob Schrammer oder Farmatoilette was damit zu tun haben, aber erinnerst du dich noch an Maria Zoller? fragte er ihn, als sie die einsame Straße entlang ging. Niemand war zu sehen, die meisten Leute blieben lieber zu Hause. Nur ein paar Autos fuhren gelegentlich vorüber. Tauben blickte ihnen nach, als sie um die Straßenecke verschwanden. Ich denke schon, das ist die Journalistin, die von ihrem Mann ermordet wurde, nicht wahr? fragte er und Rainer nickte. Der Regen wurde stärker, aber das schien ihn nicht zu stören. Zumindest ist das die Geschichte, die man sich so erzählt. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Sie ging weiter. Eine Frau kam um die Ecke des dunklen Hauses am Ende der Straße, einen schwarzen Hund an der Leine. Als sie sie sah, schnaubte sie und wechselte die Straßenseite. Die Leute hatten Angst, mit Fremden auf irgendeine Art und Weise in Kontakt zu treten. Es sei denn, es geht um Klopapier, dachte Tauben bei sich. Du glaubst also, dass er es nicht war, fragte er Rainer, als sie vor der Ampel, die unermüdlich rot zeigte, warteten. Nein, da bin ich mir fast schon sicher. Der Kerl hatte sie geliebt und es gab kaum Streit zwischen ihnen. Kein Streit, hat er sogar gesagt, aber das glaube ich ihm nicht. Nie Streit, das gibt's in keiner Beziehung. Naja, wie dem auch sei. Die Beweise sprachen gegen ihn, aber irgendetwas an der Sache war seltsam. Es fehlte einfach ein Motiv. Die beiden hatten noch nie viel zusammen geplant gehabt und er hat sie aufrichtig geliebt. Ist nie gewalttätig geworden und alles hat einfach nicht zusammengepasst. Der rote Mann auf der Ampel sprang auf einen grünen um und sie überquerten die Straße. Ein paar Autos warteten vor dem Standstreifen. Ihre Scheibenbücher gingen hektisch hin und her. Sie gingen in den Park, wo zu dieser Zeit niemand war. Der Regen ergoss sich in dünnen Fäden vom Himmel und Tauben zog sich seine Mütze tiefer ins Gesicht. Unter einer Überdachung standen Bänke, auf die sie sich setzten. Der Typ war ziemlich mit den Nerven fertig. Ich will nicht sagen, dass es zu 100% nicht gewesen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ gering. Bevor Maria Zoller starb, arbeitete sie an einem Artikel über Michael Schrammer, ohne sein Einverständnis. Sie wollte über ihn und die Firma schreiben und über jemanden nebens Dagon. Rainer zündete sich eine weitere Zigarette an, während Torben ihm zuhörte. Dagon? Ja, keine Ahnung, aber der Name taucht in einigen ihrer Aufzeichnungen auf. Um was ging es in dem Artikel? Unmöglich zu sagen, ihr Laptop ist verschwunden und ihr Mann hat beteuert, dass er ihn ihr nicht genommen hat. Ich sehe auch keinen Grund, warum er das gemacht haben sollte. Also meinst du, sie wurde von der Firma ermordet? Sagen wir es so, jemand wollte nicht, dass das irgendwie ans Licht kommt. Nathalie Meuschels, die Tochter des Gründers der Firma, spielt wohl auch eine Rolle in diesem Artikel. Ich verstehe, das ist in der Tat seltsam. Ich bin noch gar nicht fertig, Torben. Erinnerst du dich noch an Walter? Klar tue ich das, wie könnte ich nicht, antwortete Torben. Walter Hopfens war einer ihrer Kollegen, der vor einigen Monaten spurlos verschwunden war. Noch weiters verschwinden, habe ich ein paar Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass er sich wohl privat mit dem Mord an Maria beschäftigt hat. Wie viele herausgefunden hat, das weiß ich nicht, aber ich denke, er ist irgendetwas auf die Spur gekommen. Ich habe versucht, herauszufinden, was, hat aber keinen Erfolg, und schließlich bekam ich einen neuen Fall zugeordnet, um den ich mich kümmern musste. Aber das ist doch seltsam, nicht? Diese Journalistin schreibt einen Artikel über die Firma und wird ermordet. Walter führt eigene Ermittlungen zu ihrem Tod durch und verschwindet auf unerklärliche Weise. Wäre schwer, dafür einen Zufall zu argumentieren, stimmte Torben ihm zu. Beide schwiegen für einige Zeit und sahen dem Regen zu, wie er den Boden des Parks langsam in Matsch verwandelte. Torben wurde kalt, aber er stand nicht auf. Weißt du, ich denke, die haben wie alle unternehmen Dreck am Stecken, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich gleich jemanden umbringen würden, meinte er und wandte sich Rainer zu. Dieser nickte nur, sagte aber zunächst nichts. Er schien anderer Meinung zu sein und auch das konnte Torben ihm nicht verdenken. Es müssen ja auch nicht alles sein. Ein oder zwei Personen sind genug. Die haben Geld und die haben Einfluss. Wenn die jemanden mundtot machen wollen, dann können die das auch, da bin ich mir sicher. Du scheinst mehr über Farmerter zu wissen als ich. Hast doch eine Ahnung, an was Schrammer vor seinem Tod gearbeitet haben könnte? Nein. Im Fernsehen hieß es, er würde an einem Gegenmittel arbeiten. Einen Impfstoff? Du meinst, das stimmt nicht? Ich meine im Moment noch gar nichts, aber irgendwie ist es seltsam. Jemand ist dort eingebrochen und hat ihn ermordet, aber wir wissen nicht wieso. Es kann tausende Gründe geben, aber ich denke, man wollte wohl etwas stehlen. Wäre es nur um ihn gegangen, dann hätte man ihn einfach auch zu Hause ermorden können. Niemand war in diesem Labor und die Frau, die uns angeblich informiert hat, ist verschwunden. Das ist schon alles mehr als seltsam. Torben seufzte. Er konnte sich aus alledem nicht wirklich einen Reim machen. Es ergab keinerlei Sinn. Das ist wirklich seltsam. Vielleicht hat man sie auch umgebracht, bevor sie irgendetwas aussagen konnte, meinte Rainer und stand auf. Torben tat es ihm gleich. Was ist eigentlich mit dir? Hast du auch einen Fall oder warum bist du hier? fragte Torben ihn. Ja, eine Leiche ist auf dem Friedhof gefunden worden, Identität unbekannt. Verstehe. Als ich gehört habe, dass du und Katharina in dem Pharmatoll Fall ermitteln, da wollte ich mit euch sprechen. An eurer Stelle wäre ich vorsichtig, sonst zählt ihr bald schon zu den Verschwundenen. Torben nickte. Rainer sagte es, Nach einiger Zeit ging sie stumm durch den Regen zurück. Kapitel 13 Der Techniker starrte angestrengt auf dem Bildschirm vor sich, sein Gesichtsausdruck gefiel Tauben nicht. Er, Rainer und Katharina waren gemeinsam zum Techniker gegangen. Sie alle wollten wissen, was sich auf der Festplatte von Schrammers Computer befand. Die gute Nachricht ist, dass sich alles wiederherstellen konnte. Ich habe die Inhalte der Festplatte auf eine weitere kopiert. Der Computer selber ist nicht mit zu retten. Die schlechte Nachricht ist, dass das meiste darauf keinen wirklichen Sinn ergibt. Der Techniker drehte sich zu ihnen um und schaute sie kurz zögernd an. In seinen Augen sah Torben, dass er sich das Ganze schon angesehen hatte und verwirrt war. Zeigen Sie mal her, wies er den Mann an und trat hinter ihn. Dieser öffnete ein paar Ordner und deutete auf den Bildschirm. Er hatte Bilder auf dem Computer, ein paar private Dokumente, aber das meiste davon war von der Arbeit, Aufzeichnung über seine Forschung an dem Wuhan-Virus und über den Versuch ein Gegenmittel zu finden. Vieles davon ist relativ offensichtlich, auch wenn ich die Details nicht verstehe, aber dann gibt es dann auch jede Menge Dokumente, deren Inhalt und Sinn sich mir nicht erschließen. Er öffnete einen anderen Ordner, in dem er die Dokumente sortiert hatte. Sie trugen den Titel Ragnarök und dahinter jeweils ein scheinbar willkürliches Kürzel aus Zahlen und Buchstaben. Torben runzelte die Stirn. Ragnarök, der Weltuntergang aus der nordischen Mythologie. Wahrscheinlich ein Codename, aber was genau hatte das zu bedeuten? Der Techniker öffnete eines der Dokumente und sie warfen einen Blick hinein. Dort fanden sie jede Menge chemischer Formeln, Texte voller Fachbegriffe, die sie nicht verstanden und weitere Texte, die in Altgriechisch geschrieben waren. Der Text ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich kann zwar kein Altgriechisch, aber ich habe das alles durch einen Übersetzer laufen lassen und das ist völlig unzusammenhängendes Geschreibsel. Keine Ahnung, warum er das geschrieben hat, sagte der Techniker und runzelte ebenfalls die Stirn. Torben und Katharina wechselten einen kurzen Blick. Sie beide waren ebenfalls ratlos. Der Google-Übersetzer liefert immer unverständliches Geschreibsel, bemerkte Rainer und der Techniker nickte. Natürlich ist er nicht toll, aber ich habe versucht, im generellen Sinn dieses Textes irgendwie zu begreifen und ich kann Ihnen sagen, dass es keinen gibt. Das ist eine willkürliche Anordnung von Worten. Teilweise gibt es kein Verb im Satz, teilweise kein Substantiv. Es ist, als hätte man einfach Wörter ausgewählt und sie ohne jeden Zusammenhang hintereinander geschrieben, erklärte er ihn. Er scrollte in dem Dokument nach unten und da waren noch mehr Formeln, so wie weitere altgriechische Texte. In seinen Mails habe ich auch solche Texte Leuten die Erkannte geschrieben, aber da waren auch einige E-Mails, die er aus irgendeinem Grund in Altgriechisch geschrieben hat. Der Empfänger dieser Mails war ein gewisser Dagon, den er aber immer als Derek ansprach. Dagon, da war schon wieder dieser Name, der andauernd auftauchte. Ob hier die Lösung des Falls zu finden ist? fragte sich Torben. Und wir haben keine Ahnung, was in diesen Mails alles steht, fragte Rainer. Der Techniker zuckte mit den Schultern. Ich nehme an, das ist eine Art Code, aber ich kann ihn nicht entschlüsseln. Vielleicht steht irgendwo in den anderen Dokumenten noch was, ich habe sie noch nicht alle durchgearbeitet, aber das wird sowieso nicht leicht. Selbst das, was nicht verschlüsselt ist, erschließt sich mir nicht. Das sind irgendwelche wissenschaftlichen Texte und ganz ehrlich, mit Virologie kenne ich mich nicht aus. Er hat das alles in einem für mich völlig unverständlichen Fachjagor geschrieben. Vieles davon verstehe ich einfach nicht. Tauben nickte. Er glaubte nicht, dass es ihm, Katharina oder Rainer da besser gehen würde. Sie alle hatten keinerlei Ahnung von Virologie und würden nicht verstehen, was Schrammer dort geschrieben hatte. Rainer fragte Rainer setzte sich auf den Stuhl, öffnete ein anderes der Dokumente und las es sich durch. Er verstand nur wenig, aber wie es schien, hatte Schrammer weitere Experimente mit dem Wuhan-Virus durchgeführt. Der genaue Hintergrund dieser Experimente oder was er damit zu erreichen gedacht hatte, erschloss sich ihm aber nicht. Tauben war sich nicht sicher, ob es einfach an ihrem mangelndem Verständnis der passwortgeschützt. Die Dokumente waren alle passwortgeschützt, aber dieses hier habe ich bereits geknackt. Das andere Dokument, was nur den Titel 00001 trägt, ist mit einem schweren Passwort gesichert. Es hat 19 Stellen und ich weiß noch nicht, ob ich es knacken kann. Ich bleibe aber dran. Der Techniker verzog zwar keine Miene, aber man merkte, dass er stolz war, das hinbekommen zu haben. Torben runzelte die Stirn. Es gab noch ein passwortgeschütztes Dokument. Wenn dieses noch besser gesichert war, als das, was sie bereits hatten öffnen können, dann musste sich etwas sehr wichtiges darin befinden. All das ergibt nicht wirklich viel Sinn, meinte Rainer und stellte sich zu ihm. Ich meine, warum schützt er einen Teil seines Dokuments mit Geheimsprache und einen anderen Teil nicht. Ich nehme an, dass er davon ausgegangen ist, dass die meisten Leute das Dokument sowieso nicht verstehen. Aber vielleicht waren manche Informationen noch brisanter als andere und er wollte nicht, dass irgendjemand sie verstehen würde, ganz gleich wie viel er oder sie auch von der Materie weiß. Torben lehnte sich zurück und starrte weiter auf das Dokument. Sie brauchten jemanden, der sich damit auskannte, jemanden, der ihnen helfen konnte. So kamen sie nicht weiter, denn sie wussten noch immer nicht, an was Schrammer eigentlich gearbeitet hatte. Inzwischen war sich Tauben sicher, dass es nicht einfach nur ein Gegenmittel gewesen war. Es musste noch irgendetwas anderes gegeben haben, etwas, das Schrammer vor der Welt hatte verstecken wollen. Doch warum? Dafür konnte es viele Gründe geben. Vielleicht hatte er vielleicht gab es aber auch einen ganz anderen Grund. Wir brauchen jemanden, der etwas von der Materie versteht. Einen Virologen am besten, der uns erklären kann, um was es in diesen Dokumenten überhaupt geht, sagte Tauben und stand auf. Die anderen beiden nickten zustimmend. Und wen willst du fragen? fragte Rainer. Also jemanden von Pharmatoil würde ich da nicht dran lassen. Die würden uns nie alles erzählen. Da bin nicht mehr sicher und so wie du erzählt hast, sind die auch alles andere als kooperativ. Ich denke da an jemanden, der nicht mit einer Firma in Verbindung steht, jemanden, der für die Regierung arbeitet oder unabhängig ist. Und ich habe auch schon eine Idee, wen wir da um Hilfe bitten können. Kapitel 14 Emilia stand am Fenster und blickte nach draußen. Nebel hing über dem Wald und Nieselregen fiel unaufhörlich zu Boden. Die letzten Tage waren so grau, wie die Stimmung der Leute im Land auch zu sein schien. Sie hatte die News gelesen, in den USA häuften sich die Todesfälle inzwischen auch. Es wurde immer schlimmer und schlimmer und das weltweit. Mit einer Tasse Tee hatte sie sich morgens an ihren Schreibtisch gesetzt, ihre E-Mails gecheckt und dann mit einem Kollegen aus Neuseeland konferiert. Er war trübselig gewesen. Und auch er glaubte inzwischen nicht mehr daran, dass ein Gegenmittel noch vor der weiteren Ausbreitung des Virus entwickelt werden konnte. Sie alle waren inzwischen pessimistisch geworden, auch wenn Emilia sich immer noch sicher war, dass auch diese Pandemie vorüber gehen würde. So war es immer. Alles hat ein Ende und irgendwann würde auch dieser Albtraum vorüber sein. Nachdenklich saß sie eine Weile auf dem Stuhl vor dem Fenster zur Terrasse, blickte in ihren Garten auf den Wald hinter dem Nachbarhaus. Manchmal fragte sie sich, ob sie vor einem halben Jahr nicht einen Fehler gemacht hatte. Hätten sie und Michael sich nicht zerstritten, dann hätte sie jetzt vielleicht bei ihm sein und ihm an der Forschung über Michael dachte. Sie hätte ihn gerne dabei unterstützt. Sie trank ihren Tee, stand auf und setzte sich wieder an ihren Computer. Nachdenklich blickte sie auf den Bildschirm, ging ihren Posteingang durch, als ihr Telefon klingelte. Emilia Winter, meldete sie sich. Guten Tag, Frau Dr. Winter, mein Name ist Tauben Brauer, Hauptkommissar bei der Polizei Berlin. Ich ermittle im Mordfall Michael Schrammer. Emilia hielt inne. Fast hätte sie mit der freien Hand ihre Tasse umgestoßen. Ein Moment schwieg sie, strich sich eines ihrer langen braunen Haare aus dem Gesicht und blickte nur ausdruckslos nach vorne. Michael ist tot? fragte sie. In ihrer Stimme war eine Fassungslosigkeit getreten, die ihr förmlich den Boden unter den Füßen wegriss. Sie erwartete fast, man würde ihr sagen, das war Er wurde letzte Nacht in seinem Labor ermordet, erklärte Tauben ihr. Das ist schrecklich, aber wieso rufen sie mich an? Ich arbeite schon seit einem halben Jahr nicht mehr mit Michael. Wir haben uns zerstritten, antwortete sie und stand auf. Wir fanden auf Michaels Computer seltsame Dokumente, die wir uns nicht erklären können. Ich wollte sie bitten, einen kurzen Blick darauf zu werfen. Wir wissen, dass sie mit Michael gearbeitet haben und sich mit der Materie auskennen. Was für Dokumente? fragte sie und setzte sich in ihren Sessel. Sie schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück. Michael war tot. Sie wusste, was das bedeutete. Sie hatten aneinander nicht nahe gestanden. Er war ihr nicht wichtig gewesen, aber sie wusste, welche Auswirkungen sein Tod haben würde. Das wissen wir nicht genau, aber soweit wir das verstehen, haben sie mit Michael zusammen gearbeitet. Insofern dachten wir, sie könnten eventuell. Er hat an einem Mittel gegen das Wuhan Virus geforscht, wie sie sicher wissen, aber wir gehen davon aus, dass er dabei auch noch an einem weiteren Projekt gearbeitet hat. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, aber wenn Sie mir die Dokumente per Mail Ergebnissen, die mir mein Labor gerade zugeschickt hat. In diesen Zeiten versuchen sogar wir, alles mögliche von zu Hause aus zu erledigen. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich und ein Kollege bei Ihnen vorbeikämen? Ja, das ist schon okay. Sie haben meine Adresse? Ja, Frau Dr. Winter, die haben wir. Wir wären Ihnen für Ihre Mitarbeit sehr zu Dank verpflichtet. Wir haben die Dokumente bereits einem anderen Fachmann gezeigt, aber dieser hat nichts davon verstanden. Das kann ich mir denken. Michals Art zu schreiben und seine Forschung waren sehr nun abgehoben. Damit kommt nicht jeder klar. Seine Aufzeichnungen waren nur für ihn gedacht, nicht dafür, dass noch irgendein anderer sie verstehen würde. Torben versicherte ihr, dass er innerhalb der nächsten Stunde bei ihr vorbeikommen würde und bedankte sich für ihre Mithilfe. Außerdem bat er sie, sich die Dokumente schon einmal anzusehen. Wenige Minuten später erhielt Emilia die Dokumente per E-Mail. Man hatte ihr noch dazu geschrieben, dass sie vertraulich damit umgehen sollte, was ihr nur ein kurzes Lächeln entlockte. Als ob sie das nicht wüsste. Sie hatte schon ein paar Mal mit der Polizei in verschiedenen Fällen Kapitel 15 Torben und Rainer waren am späten Nachmittag bei ihr eingetroffen. Die beiden Polizisten saßen auf der Couch im Wohnzimmer. Vor ihnen standen zwei dampfende Tassen Tee. Emilia Winter war bedeutend freundlicher als es Michael Schrammer je gewesen war und zudem um einiges attraktiver als Torben vermutet hatte. Sie hatte sie hereingebeten, Tee gekocht und sich dann zu ihnen gesetzt. Ihr Haus war groß, schlicht und doch elegant eingerichtet. Es hatte etwas Altmodisches an sich, mit den rötlichen Holzregalen voller Bücher, der nostalgischen Couch und dem verschnökelten Wohnzimmertisch. An den Wänden hingen Gemälde von Landschaften, Bäume und Wälder, die vom Wind zerzaust wurden, die stürmische See oder einfach nur ein Blick ins Land beim Sonnenuntergang. Möchten sie Zucker? fragte sie und beide Männer lehnten ab. Sie nickte nur, schlug die Beine übereinander und griff ein paar der Zettel, die vor ihr lagen. Ich habe die ersten Seiten ausgedruckt und bin sie durchgegangen. Es geht auf jeden Fall nicht um ein Heilmittel, so viel kann ich Ihnen schon einmal sagen. Michael hat versucht, das Wuhan-Virus zu verändern. Um genau zu sein, er hat versucht, es genetisch so zu verändern, dass es sich anders auswirken würde. Ich muss das ganze Dokument durchlesen, um Ihnen mehr dazu sagen zu können, aber das scheint der Ansatz des Ganzen zu sein. Mit dem altgriechischen Text kann ich nichts anfangen. Er ergibt keinerlei Sinn. Die Worte passen nicht zueinander und es ist ein sinnloses Geschreibsel, aus dem ich nicht schlau werde. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Dokument geschrieben hat. Entweder hat nur er es verstanden oder das ist gar kein Text. Wenn es kein Text ist, was sollte es dann sein? fragte Torben und trank einen Schluck Tee. Schmeckt echt gut, dachte er bei sich. Wahrscheinlich war es nicht der Tee für 1,99 den er sich immer beim Aldi holte. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass und war stets darauf bedacht, dass man sich später noch nachvollziehen konnte. Ohne einen Hintergedanken hätte er das dort nicht eingefügt. Auch nicht, um irgendjemanden zu verwirren. Ich kann versuchen, ob ich es irgendwie knacken kann, aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Wie lange werden Sie nicht verbrauchen, das komplette Dokument durchzuarbeiten? fragte Rainer sie. Ich werde mich darauf konzentrieren, aber würde uns weiter helfen zu wissen, was der altgriechische Text bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass in dem Dokument Informationen fehlen und wahrscheinlich hat er sie verschlüsselt, meinte sie und trank einen Schluck Tee. Draußen wurde der Regen stärker und Torben wurde von einem Moment auf den anderen kalt. Er drehte sich um und blickte nach draußen. Auf der Straße stand ein Mann und schien zum Fenster hinein zu blicken. Torben sah ihn an und er wusste nicht, ob der Mann ihn auch bemerkte. Eine Weile stand er da. Dann drehte er sich um und ging weiter. Warum hat er nicht das ganze Dokument verschlüsselt? fragte Rainer und sie zuckte mit den Schultern. Es ist möglich, dass er eine sehr komplizierte Methode der Verschlüsselung benutzt hat und diese sehr zeitaufwendig war. Vielleicht hat er sie nur auf die brisantesten Teile des Dokumentes angewandt. Das war möglich. Der Fall wurde immer seltsamer und seltsamer. Schrammer hatte versucht, das Virus zu verändern. Aber wozu? Was hatte er damit erreichen wollen? Sagen sie, kann es sein, dass Schrammer versucht hat, die Wirkungsweise des Virus zu verändern, um seine Wirkung abzuschwächen? fragte Torben. Nein, das glaube ich nicht. Das würde das Virus ja nicht bekämpfen. Kranke wären immer noch krank und es gäbe keine Heilung für sie. Das normale, gefährlichere Virus ist dann ja immer noch im Umlauf. Eine schwächere Version von diesen zu erzeugen wäre Unsinn, da man die ursprüngliche dadurch ja nicht heilt oder bekämpft, erklärte sie. Das ergab Sinn. Verstehe. Warum mein sie hat erst angetan? Es kann sein, dass er einen Versuch mit einer abgeschwächten Version des Virus gemacht hat. Ich muss jedoch das ganze Dokument lesen, bevor ich Ihnen das sagen kann. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass er das Virus nicht unbedingt schwächer gemacht haben muss. Er kann es auch verstärkt haben. Der erste Teil des Dokumentes befasst sich nur mit der und er etwas ganz anderes versucht hat. Wie gesagt, ich werde das Dokument lesen und mir Notizen machen. Sobald ich mehr weiß, werde ich es Ihnen mitteilen. Sie schwieg einen Moment, griff sich ihre Tasse und starrte in diese. Eine Weile saß sie so da, dann blickte sie Torben an. Ich und Michael, wir standen uns nicht nah. Dass er tot ist, ist aber trotzdem ein seltsames Gefühl. Und dieses Dokument, es ist eigenartig. Ich frage mich, ob er sich über all die Jahre verändert hat, meinte sie nachdenklich. Inwiefern? Ich habe ihn seinerzeit im Studium kennengelernt, vor 15 Jahren. Er war damals der Assistent der Dozenten und hat selber auch eine Vorlesung geleitet, erklärte sie. Vor ein paar Jahren habe ich mein eigenes Labor eröffnet, er den Deal mit Farmatoll eingegangen ist, sind wir jedoch getrennte Wege gegangen. Im Studium war er ein freundlicher und idealistischer Mann, aber als ich ihn das letzte Mal sah, vor etwa einem halben Jahr, da war er mürrisch und herablassend gewesen. Wir haben uns dann zerstritten. Worum ging es dabei? fragte Rainer und sie seufzte. Es schien nicht so, als würde sie gerne darüber sprechen, aber sie antwortete trotzdem. Es ging um seine Geschäfte mit Farmatoll. Ich wollte nicht mehr länger mit ihm zusammen arbeiten, da ich dieser Firma, gelinde gesagt, kritisch gegenüberstehe. Ihm hat das nicht gefallen, es kam zum Streit und schließlich haben wir beide entschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Sie lächelte müde und strich sich ein paar ihrer langen braunen Haare aus der Stirn. In ihrer roten Bluse wirkte sie jung und hübsch, aber jedes ihrer Worte war gewählt, wie bei einer viel älteren Frau, die schon viel zu viel in ihrem Leben gesehen hatte. Torben mochte ihre Art. Sie bedankten sich bei ihr und sie versicherte ihnen, so schnell wie möglich, das Dokument durchzuarbeiten und dann wieder in Kontakt mit ihnen zu treten. Torben fragte sich, ob das noch verschlüsselte Dokument, das sich auf Schrammers Computer befunden hatte, ihnen vielleicht Aufschluss über die seltsamen altgriechischen Passagen geben konnte, für die es bislang keine Erklärung gab. Vielleicht hatte er eine Art Geheimschrift benutzt und in diesem Dokument befand sich der Schlüssel, wie man es übersetzte. Emilia folgte ihnen zur Tür, verabschiedete sie dort und blieb noch einen Moment stehen. Ich will wirklich nichts Schlechtes über Michael sagen, gerade nicht, wo er gerade gestorben ist, aber dieses Dokument ist mehr als seltsam. Wenn er wirklich all seine Anstrengungen auf das Finden eines Heilmittels fokussiert hat, dann hätte er für all diese Forschung gar keine Zeit gehabt. Und da das Wuhan Virus erst in ein paar Monaten bekannt ist, glaube ich kaum, dass sie schon früher mit den Forschungen daran angefangen hat. Sie verschränkte die Arme und blieb im Türrahmen stehen. Tauben drehte sich noch einmal zu ihr um und seufzte. Sie haben recht, das ist seltsam. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Deswegen sind wir zu ihnen gekommen. Irgendetwas stimmt dann nicht. In seinem Kopf hört er seine eigene Stimme, wie sie immer und immer wieder als Echo wieder halte. Etwas stimmt da nicht, stimmt nicht. Torben überkam ein Schaudern. Sie sollten reingehen. Es ist kalt, meinte er, als sie ihnen ein paar Schritte zum Auto folgte. Kommissar Brauer, muss ich besorgt sein? fragte sie ihn und blickte die Straße hinab. Niemand war hier. Die Straße lag verlassen da. Ein Menschen waren keine zu sehen. Der Nebel hing im nahen Wald. Es war kalt. Er fragte sich, was sie dort unten zu sehen glaubte und folgte ihrem Blick eine Weile. Niemand. Die Straße war verlassen. Ich weiß es nicht, aber wenn ihnen irgendetwas seltsames auffällt, dann rufen sie mich an. Wenn sie Angst haben, kann ich versuchen, eine Kollegin abzubestellen, die bei ihnen schließlich lächelte sie und schüttelte den Kopf. Ich bin mir sicher, ihre Leute sind im Moment sehr beschäftigt. Rufen sie mich an, wenn sie ihre Meinung ändern. Fast hätte er ihr die Hand gegeben. Lies es dann aber doch sein. In diesen Zeiten machte man das nicht mehr. Beim Hinausgehen hatte sie ihnen Desinfektionsmitteln angeboten und sie angewiesen, immer eines mitzuführen. Das nickte nur und starrte vor sich hin. Langsam packten sie aus der Einfahrt aus und fuhren wieder in Richtung des Präsidiums zurück. Das hoffe ich auch, antwortete er nur und schwieg dann. Die ganze Fahrt übersprachen sie kein Wort. Torben blickte zum Fenster hinaus und sah sich die Häuser an, die vorüber zogen. Nur wenige Leute waren draußen. An den Anblick leerer Straßen kaum noch jemand unterwegs. Seine Schwester wohnte auf dem Land. Dort schienen die Leute noch weniger Angst zu haben und sie gingen immer noch nach draußen, fuhren Rad und ließen sich nicht einschränken. Zum einen konnte Torben das verstehen. Es war nicht schön, von einem auf den anderen Moment alles in seinem Leben einschränken zu müssen. Andererseits war es ihm lieber, wenn die Menschen vorsichtig waren. In letzter Zeit war das Einkaufen deprimierend geworden. In den Supermärkten war es leer, die Leute tanzten fast schon um einander herum, um ja Abstand voneinander zu halten, und viele von ihnen trugen Atemmasken. Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Seife waren in allen Läden schon seit Wochen ständig ausverkauft. Jedes Mal, wenn er einen Supermarkt betrat und die zum Teil leeren Regale sah, wurde ihm die Situation des Landes mehr und mehr bewusst. Ihm wurde klar, in was für eine Lage sie sich eigentlich befanden und dass diese Situation sich nicht so schnell wieder ändern würde. Wahrscheinlich würden sie noch Monate, wenn nicht sogar noch mehr als ein Jahr damit zu tun haben und langsam aber sicher bekamen auch Torben Angst, dass die Zahl der Toten weiter und weiter steigen würde. Selbst die aktuelle Lage meistens nicht interessierte. So etwas wie Krankheiten kümmerten ihn nicht. Und wenn es jemanden gab, der sich von so etwas keine Angst machen ließ, dann war er es. Aber auch er schien nun sehr nachdenklich. Ich frage mich wirklich, wie lange das noch so geht. Irgendwann ist die Wirtschaft im Eimer, meinte Torben. Den Arm auf die Seiten lehne gestützt, blickte er zum Fenster hinaus. Es war beschlagen und er sah nur noch die verschwommenen Konturen der Häuser und Menschen auf der Straße. Sie hielten an einer Ampel. Eine Frau mit einem Regenschirm sah sich nervös um. Sie trug einen langen dunklen Mantel und einen Hut, unter dem sie sich fast schon zu verstecken schien. Immer wieder sah sie sich um, blickte hinter sich, als wollte sich sicher gehen, dass niemand da war. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann in einer Regenjacke, der sich nervös ans Kinn fasste. Das sollte man nicht machen, schon gar nicht draußen, dachte sich Torben. Ein Jugendlicher stellte sich zu dem Mann und versuchte, auf Abstand zu ihm zu bleiben. Die Menschen rückten immer mehr auseinander. Niemand wollte den anderen noch nah kommen. Alle wollten nur Abstand halten. Er sah Angst in den Augen der Leute, die er jeden Tag traf. Es war keine schöne Situation. Die Leute versuchten noch zu lachen und ihr Leben noch weiter zu genießen, aber er sah vielen an, dass es ihnen nicht gelang. Torben konnte es verstehen. Er selber war ebenfalls trübsinniger geworden. Mit jedem Tag schien es schlimmer zu werden. Er hatte vieles gesehen sich mit vielen Krisen und Verbrechen auseinander gesetzt, aber eine Lage, die die gesamte Nation so betraf, das war etwas ganz anderes. Es gab einfach keinen sicheren Ort, keinen Platz, an dem man sich verstecken konnte, oder an dem man einfach davor in Sicherheit war. Die Pandemie nahm langsam Formen an, die sich vor wenigen Wochen noch niemand so hätte ausmalen können. Vor dem Präsidium parkten sie. Tauben stieg aus und ignorierte den Regen, der auf ihn herabfiel. Rainer folgte ihm über den leeren Parkplatz und sie hasteten unter das Vordach. Was meinst du, kann sie uns helfen? fragte Rainer und Tauben zuckte nur mit den Schultern. Er hatte keine Ahnung, aber er glaubte, dass sie sich zumindest Mühe geben würde. Kommt drauf an, ob die Informationen in diesen Dokumenten von Bedeutung sind oder nicht, meinte er. Rainer nickte. Ich hoffe sehr, aber andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir dadurch erfahren, wer der Mörder ist. Er zündete sich eine Zigarette an und blickte in den Regen, der sich inzwischen wie lange Fäden zog. Tauben stellte sich neben ihn und atmete tief durch. Ich auch nicht und Rainer stimmte ihm zu. Mehr sprachen sie nicht. Sie standen beide noch eine Weile da und blickten in die Ferne. Hier draußen waren sie eine ganze Weile allein. Niemand kam oder ging. Stille lag über dem Gelände. Keine Autos fuhren vorbei. Als lebte man in einer Geisterstadt, meinte Rainer. Damit hatte er nicht Unrecht. In den letzten Tagen waren die Opferzahlen auf mehrere hundert angestiegen und die Menschen bekamen immer mehr Angst. Am Anfang hatten viele gesagt, dass alles nur Panikmache wäre. Der Virus auch nicht schlimmer sei als eine normale Grippe, aber inzwischen waren diese Stimmen weitestgehend verstummt. Jeden Abend, wenn der Chef der Seuchenschutzbehörde die aktuellen Zahlen in der Tagesschau verlass, rutschte die Leune der Leute von Mal zu Mal mehr in den Keller. Torben tonlos. Er seufzte und überlegte sich einen Moment, Rainer, um eine Zigarette zu bitten, ließ es aber. Mit dem Brauchen wollte er nicht wieder anfangen. Es war schwierig genug gewesen, damit aufzuhören. Er glaubte, dass er es nicht wieder schaffen würde, wenn er noch einmal damit anfangen würde. Die Welt geht eben ihren Lauf. Das wird alles schon wieder. Ein paar Unternehmen werden vielleicht pleite gehen und Leute werden sterben, aber das ist nicht das Ende der Welt. Es gab immer schlimmere Seuchen, die Pest zum Beispiel. Seien wir mal froh, dass es nicht die Pest ist, oder Ebola, meinte Torben und Rainer nickte. Oder die Zombie-Apokalypse, fügte er hinzu und Torben grinste. Ich bin mir sicher, die würde dem Sohn meiner Nachbarin gefallen, antwortete Torben. Rainer sah ihn fragend an, aber nur so lange bis ein Stöcke gerissen würde. Wahrscheinlich, ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass die Apokalypse nicht so toll ist, wie sie sich das vorstellen. Und sie verstehen noch nicht, dass es wegen Wuhan nicht zu einer Apokalypse kommen wird. Manche tun das zumindest nicht, meinte Rainer. Torben konnte ihm in dieser Angelegenheit nicht widersprechen. Viele Menschen hatten Angst und das konnte er verstehen, aber manche von ihnen übertrieben. Sie sahen das Ende der Welt bereits lange bevor es überhaupt gekommen war. So war es schon immer gewesen und so würde es auch immer sein. Solche Menschen würden jedoch niemals aussterben. Zeit nach Hause zu gehen war ein langer Tag heute, meinte Rainer und klopfte ihm auf die Schulter. Torben nickte. Er war müde und sehnte sich nach seinem Bett. All die Vorsicht, man jetzt jeden Tag walten lassen musste, hatte etwas Ermüdendes und er hoffte, dass die Krise bald vorbei sein würde. Kurz ging er noch nach drinnen, verabschiedete sich von Katharina und fragte sie, ob er sie mitnehmen sollte. Sie überlegte kurz und kam dann mit. Ihr Auto war kaputt und mit dem Bus wollte sie im Moment nicht fahren, also war sie heute Morgen mit dem Taxi gekommen. Draußen stand noch immer Rainer und rauchte. Er schien in Gedanken verloren zu sein. Als sie an ihm vorbeiging nahm er sie kaum wahr. Bis morgen dann rief Tauben ihm noch zu und er nickte. Katharina lief schon zu seinem Wagen und stieg ein. Das Wetter schien ihn nicht zu bekommen. Du bist nicht wirklich regenfest, bemerkte er, als er zu ihr ins Auto stieg. Sie nickte nur. Der Meinung war sie auch. Ich bin nicht für dieses Wetter gemacht, meinte sie und hustete. Ist aber nur ein Schnupfen. Hoffen wir das mal. Er startete den Wagen und fuhr los. Rainer war inzwischen nicht mehr auf der Treppe. Entweder war er nach drinnen gegangen oder zu seinem Auto. Wie geht es ihm? fragte Katharina. Ich denke ganz gut. Der letzte Fall hat ihn ziemlich mitgenommen, meinte er und sie nickte. Torben und Rainer kannten sich schon eine Weile. Sie waren zusammen auf die Polizeischule gegangen und hatten vor Jahren zusammen ermittelt. In letzter Zeit hatten sich ihre Wege seltener gekreuzt, aber ab und an hatten sie nach der Arbeit immer noch ein Bier miteinander getrunken. Er ließ Katharina vor ihrer Haustür raus und fuhr dann nach Hause. Kapitel 16 Torbens Handy klingelte. Es war ein unangenehm lauter Ton, der durch das gesamte Schlafzimmer halte und sich für einige Zeit in seinen Traum einband, bevor er davon aufwachte. Torben öffnete die Augen, griff nach rechts und tastete nach dem Licht. Seine Frau neben ihm stöhnte, aber sie schien noch nicht wirklich wach geworden zu sein. Er griff das Handy und erwartete, dass ihn irgendeiner seiner Kollegen anrief. Schlaftrunken meldete er sich. Ja, brauer, murmelte er und hörte am anderen Ende der Leitung ein schweres Schnaufen. Irgendjemand schien Angst zu haben. Helfen Sie mir, stammelte eine Stimme. Wer ist da? Tauben schnellte hoch und setzte sich aufrecht hin. Er glaubte, die Stimme schon einmal gehört zu haben, konnte sich im Moment aber nicht an sie erinnern. Ich bin es, Wagner, sagte der Mann. Der Journalist fiel es Tauben ein. Bitte, helfen Sie mir, die wollen mich. Oh Gott, nein! Er redete wirr durcheinander und Tauben verstand ihn kaum. Nennen Sie mir Ihre Adresse und sagen Sie mir, was los ist, wies er ihn an, aber Wagner schien viel zu durcheinander zu sein. Bitte, helfen Sie mir, wimmerte er und keuchte. Es schien, als würde er weglaufen. Ihre Adresse? Geranienweg 17, schrie Wagner und schwieg dann, um einige Augenblicke später hinzuzufügen. Die sind hier. Seine Stimme war jetzt ruhig, aber Torben hörte immer noch die Angst, die ihn mitschwingte. Helfen Sie mir, die sind hier, um mich zu holen. Nein, nein, nein! Das letzte Nein war ein Schrei und nach diesem herrsch stüchtete. Die Leitung war tot. Torben starrte einen Moment ins Leere, dann sprang er auf. Er hörte seine Frau fragen, was los sei, aber er antwortete nicht, sondern lief die Treppe nach unten. Während er sich anzog, rief er den Notruf und schickte einen Streifenwagen zu der Adresse, die Wagner ihm genannt hatte. Er war sich nicht sicher, ob der Mann einfach nur am Durchdrehen oder ob wirklich etwas passiert war, aber sie hatten bereits zwei Leichen, eine weitere brauchten sie nicht. Torben lief nach draußen, sprang in seinen Wagen und fuhr los. Es war drei Uhr nachts, die Straßen waren leer, niemand war unterwegs, alle Clubs und Bars waren geschlossen. Die Leute hatten keinen Grund mehr, ihr Haus um diese Zeit zu verlassen und die meisten wollten das auch nicht. Er brauchte sein Blaulicht nicht einzuschalten, er raste einfach durch die menschenleeren Straßen. Nur einmal sah er eine Frau an einer Ampel warten. Die Ampel war nicht rot und sie stand eine ganze Weile dort, auch als er noch weiter von ihr entfernt war. Am Anfang war sie nur eine Silhouette in der Nacht, die langsam Gestalt annahm. Er fragte sich, was sie um diese Uhrzeit hier machte, dachte aber nicht weiter darüber nach. Bis zur Wagners Adresse war es ein Stück und er glaubte, dass der Streifenwagen lange vor ihm da sein würde. Unterwegs wählte er rein als Nummer. Was meldete dieser Leicht war er noch gar nicht im Bett gewesen. Torben fragte sich manchmal, wie er mit so wenig Schlaf auskam. Der Typ, heute mit uns geredet hat, der Journalist, er hat mich gerade angerufen. Er war voller Panik und meinte, jemand hätte es auf ihn abgesehen. Ich fahre jetzt zu ihm. Ist Verstärkung schon auf dem Weg? Ich hab um einen Streifenwagen gebeten. Torben ging vom Gas und bog ab. Die Straße ging ein ganzes Stück geradeaus weiter. Links und rechts der Fahrbahn standen hohe Bäume und warfen merkwürdige Schatten im Licht der Straßenlaternen auf den Asphalt. Ich bin unterwegs, sagte Rainer nur und legte auf. Torben fragte sich, ob er noch immer im Büro gewesen war. Überraschen würde es ihn nicht. Rainer ging manchmal gar nicht nach Hause. Was soll ich da? pflegte er immer zu sagen und irgendwie konnte Torben seine Einstellung verstehen. Seine Frau hatte Rainer vor ein paar Jahren verlassen und seitdem war er einsilbig und mürrisch geworden. Torben kam dem Ziel näher. Es konnte nicht mehr weit sein. Als er doch ein Auto sah, schaltete er das Blaulicht ein und raste an ihm vorbei. Laut seinem Navi war er in etwa drei Minuten da. Er bog ab, fuhr in das Wohngebiet und am Ende der Straße hielt er an. Einfamilienhaus reihte sich ein Einfamilienhaus, alle mit mittelgroßen Gärten davor. Wahrscheinlich Fertighäuser. Eines der hinteren Häuser war Wagners. Davor stand ein Streifenwagen. Das Blaulicht erhellte die Straße in einem unnatürlichen, fast fremdartigen Licht. Die Türen des Streifenwagens standen offen. Torben hielt an und stieg aus. Es war ruhig, seltsam, ruhig. Er zog seine Waffe und lief auf den Streifenwagen zu. Die Polizisten schienen nicht mehr da zu sein. Wo waren sie hin? Waren sie bereits reingegangen? Er hörte nichts. Torben ging langsam durch den Vorgarten auf das Haus zu. Die Tür stand offen. Im Inneren brannte kein Licht. Mit der Waffe in der Hand trat er vor die Tür und zog seine Taschenlampe. Im Flur sah er niemanden. Am Boden standen Schuhe unordentlich herum und viel zu viele Jacken hingen an der Garderobe. Torben trat ein. Die Dielen knarrten unter seinen Schuhen und sein Licht erhellte den Gang. Neben den Jacken befand passierte. Stromausfall. Oder jemand hatte die Leitung gekappt. Langsam ging er weiter. Rechts von ihm war eine Tür. Torben stieß sie auf und leuchtete in den Raum dahinter. Die Küche. Niemand war zu sehen. Eine leere Pizzaschachtel stand auf dem Tisch. Daneben eine Dose Cola und einen Apfelbutzen. Nichts Besonderes. Alles stand noch an seinem Platz. Er trat wieder zurück auf den Gang und ging weiter. Im Inneren des Hauses war es zu still. Wenn die Polizisten da waren, dann hätte er sie hören müssen. Wo waren sie? War hier überhaupt noch jemand? Die nächste Tür führte in die Toilette. Auch dort war niemand. Am Ende des Ganges befand sich eine weitere verschlossene Tür. Er fragte sich, warum alle Türen in diesem Wer schloss zu Hause alle seine Türen? Torben öffnete sie und blickte in den Raum dahinter. Das Wohnzimmer. Die Gardinen waren zugezogen. Kein Licht brannte, aber seine Lampe erhellte den Raum. In der Mitte stand eine Couch, davor ein Tisch mit mehreren Zeitschriften. Wie auch die Küche war das Wohnzimmer eher unordentlich. Wagner hatte schon lange nicht mehr aufgeräumt. Dort standen ein Flügel und mehrere Bücherregale. An der Wand stand eine weitere Couch. Hinter ihr ragten zwei Beine hervor. Torben erstarrte. Er sah sich um. Niemand war hier. Vorsichtig näherte er sich und leuchtete hinter die Couch. Dort lag jemand. Er ging näher heran und sein Licht fiel auf die Gestalt. Eine Puppe. Nichts weiter als eine Schaufensterpuppe. Warum zum Teufel besitzt der Kerl eine Puppe? dachte er sich. Vielleicht war es auch eine Sexpuppe. Torben beschäftigte sich nicht länger damit. Er drehte sich um, als ein Geräusch aus dem Flur erklang. Jemand war da. Mit der Baffe im Anschlag ging er zur Tür und wartete. Draußen hörte er Schritte. Die Dielen knarrten unter den Füßen einer sich langsam nähernden Person. Torben atmete tief durch und trab mit der Waffe im Anschlag um die Ecke. Ende hoch, Polizei! Dann dornete er und bekam die gleiche Antwort. Es war Rainer. Hätte ich mir denken können, meinte Rainer. Musst du mich so erschrecken, Torben? Tut mir leid. Torben atmete tief durch. Die Kollegen sind verschwunden. Der Streifenwagen stand einfach verlassen da. Hier scheint keiner zu sein. Hast du oben schon nachgesehen? fragte Rainer und Tauben schüttelte den Kopf. Allerdings glaubte er nicht, dass sie oben waren, zumindest nicht, wenn sie noch lebten. Was zum Teufel war hier nur los? Torben nickte Rainer zu und dieser drehte sich um. Gemeinsam gingen sie zur Treppe und blickten nach oben. Nichts war zu erkennen, also ging Torben langsam Schritt für Schritt die Treppe hoch. Die Stufen knarrten unter seinen Schritten und jeder, der sich oben auffielt, würde ihn hören. Das war ihm bewusst, aber er konnte es nicht ändern. Oben war alles ruhig. Die Zimmertüren waren bis auf eine geschlossen. Sie führte ins Bad, aus dem ein Lichtschein auf den Flur fiel. Torben trat an sie heran und schob sie ganz auf. Im Bad brannte eine Taschenlampe, die am Boden lag. Der Teppich war verdreht und eine der Keramik Figuren, die ihn von dem Schrank neben dem Fenster aus anstarrten, war zu Boden gefallen und in hundert Stücke zersprungen. Niemand war zu sehen. Wer lässt eine Lampe einfach am Boden liegen? murmelte Torben. Eigentlich kannte er die Antwort auf diese Frage schon. Jemand, der angegriffen wurde, sagte Rainer und trat an ihm vorbei. Er leuchtete auf die Lampe und ging vor ihr in die Hocke. So, eine Lampe benutzen viele Polizisten. Dann meinst du, sie gehört den Kollegen von der Streife? fragte Torben und Rainer hielt einen Moment inne, bevor er nickte. Wahrscheinlich. Scheiße, war eine gute Frage. Torben drehte sich um und ging zurück auf den Flur. Er öffnete eine der Türen und blickte hinein. Ein Gästezimmer. Niemand war da. Alles war aufgeräumt und es wirkte so, als wäre schon länger niemand mehr dort gewesen. Es würde ihn nicht wundern, wenn Wagner ein recht einsames Leben geführt hatte und nie Besuch gekommen war. Torben schloss die Tür wieder zu und trat vor der anderen Tür wartete. Gemeinsam schoben sie sie auf und traten ein. Es war Wagners Schlafzimmer. Nicht sonderlich groß, dafür aber mit umso mehr Müll gefüllt. Sein Bett befand sich hinten an der Wand. Davor stand ein Schreibtisch direkt am Fenster. Kabel hing darunter ohne jede Ordnung herum und Torben glaubte, dort bis vor kurzem ein Laptop gestanden hatte. Das und mitgenommen. Eine Lampe stand noch auf dem Tisch und daneben eine leere Tüte Chips. Am Boden sah Torben Blut. Wagner war hier wahrscheinlich angegriffen worden. Vielleicht hatte man ihn niedergeschlagen, seinen Computer genommen und war dann wieder verschwunden. Aber wo waren die beiden Polizisten? Waren sie zur falschen Zeit gekommen? Und Wagners Angreifer hatte sie ebenfalls getötet? Wenn ja, wo waren ihre Leichen? Torben verstand das nicht. Wie konnte all das in der kurzen Zeit passiert sein, seit dem Wagner ihn angerufen hatte? Der Täter musste hier eingedrungen sein und dann Wagner entführt oder getötet haben. Dann hatte er sich dessen Laptop genommen und war von den beiden Polizisten gestört worden, die er dann auch getötet hatte. Wie hatte er all das in der kurzen Zeit geschafft? Schau mal, Rainer griff ihm an die Schulter und deutete zu Boden. Vor dem Schreibtisch lag ein Zettel, auf dem etwas geschrieben stand. Torben bückte sich und hob ihn auf. Altes Institut für Anatomie, Keller, las Torben vor. Rainer trat neben ihn und sah ihn verwirrt an. Ja, und, was soll das? fragte er ihn. Torben hatte keine Ahnung. Wahrscheinlich will er uns etwas sagen. Irgendetwas ist dort, mummelte er und Rainer zuckte mit den Schultern. Und was? Er wirkte nicht wirklich überzeugt. In der Ferne erklang eine Sirene. Wahrscheinlich trafen weitere Einsatzwagen ein. Weiß ich nicht, aber er denkt, dass dort irgendetwas ist. Ich nehme an, er hat es hastig geschrieben und gehofft, dass sein Mörder es nicht findet. Torben drehte sich um und lief aus dem Raum heraus. Rainer folgte ihm zur Treppe. Was hast du denn jetzt vor? Wollte er wissen und Torben blickte nach unten. Ich will mir das mal ansehen. Er scheint es für wichtig zu halten. vielleicht ist es nichts, vielleicht hat er dort aber etwas entdeckt. Torben lief die Treppe nach unten. Eine Polizistin kam unten zur Tür herein. Zwei Beamte sind verschwunden, genauso der Besitzer des Hauses. Sichern sie den Tatort, fordern sie Verstärkung an und seien sie vorsichtig. Er wies sie an und ging an ihr vorbei. Verstanden. Und was machen sie? Wo gehen sie ich habe noch was zu erledigen. Kapitel 17 Katharina hätte gesagt, dass das Unsinn war und er das besser sein lassen sollte. Sie hätte ihm wie immer dazu geraten noch zu warten, aber Torben hatte nicht das Gefühl, dass sie noch die Zeit hatten zu warten. Ausnahmsweise war er froh, dass sie nicht dabei war. Der Mond wurde halb von einer Wolke verdeckt und das Gebäude war von Stille umgeben. Niemand war hier. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, meinte Rainer und trat neben ihn. Torben nickte, er wusste es auch nicht. Ich zwinge dich nicht mit zu kommen, sagte er und Rainer schnaubte nur. Ich weiß, aber ich denke nicht, dass du da allein reingehen solltest. Sollen wir Katharina anrufen? Besser nicht, sie Das will ich auch, nur gelingt mir das nicht, brummte Rainer und warf seine Zigarette weg. Überhaupt, ist sie deine Mutter oder warum hast du solche Angst vor ihr, Torben? Angst? Wie kommst du darauf, dass ich Angst vor ihr hätte? wollte Torben wissen. Rainer grinste nur und zuckte mit den Schultern. Torben sagte nichts. An Rainers Witze hatte er sich schon vor langer Zeit gewöhnt. Woher wohl? Torben hörte nicht auf ihn. Er ging weiter und näherte sich dem Zaun. Er war nicht sonderlich hoch und er war sich sicher, dass sie leicht drüber glättern konnten. Als er es versuchte, stellte er fest, dass er es zwar konnte, aber alles andere als leicht. Er verfing sich am Maschendraht und wäre fast gefallen. Elegant, bemerkte Rainer und nahm Anlauf. rausgefunden hatte. Rainer macht es nicht besser. Stattdessen sprang er nach oben und klammerte sich an den Zaun. Dort hing er einen Moment, bevor er mühsam sein Bein über die Mittelstrebe wuchtete und sich dann auf der anderen Seite fallen ließ. Naja, nicht viel, aber immerhin etwas besser, meinte er, als er neben Torben aufkam. Torben wusste nicht, ob er dazustimmen sollte. Er sagte nichts, sondern drehte sich um und lief los. Die Wolke hatte sich verzogen und der Mond schien mittlerweile wieder hell und erleuchtete das Gelände vor ihn. Eine alte rostige Schubkarre stand neben einem Schuppen. Dahinter lag das Gebäude. Groß und dunkel ragte es in den Nachthimmel. Tauben sah sich um. Niemand war zu sehen und außer dem sanften Rascheln des Windes in Wenn jemand hier war, so versteckte er sich, aber Torben hatte nicht das Gefühl. Die Anlage wirkte verlassen, aber warum wurde sie von dem Zaun umgeben? Dieser schien nicht alt und war erst vor kurzem errichtet worden. Vielleicht wollte man nur Landstreicher und der gleichen abhalten, andererseits glaubte er nicht, dass es jemanden kümmerte, wenn diese hierher kamen. Zumindest die Stadt kümmerte Seltsamer. Was war hier? Warum hatte Wagner diesen Ort für so wichtig befunden? Die beiden gingen weiter, überquerten den Vorhof, der von Gräsern und anderen Pflanzen überwuchert wurde, und traten an das alte Haus heran. Die Fenster waren zum Teil eingeworfen, aber die alte Holztür saß noch fest im Schloss. Sie war morsch und Torben roch den Moder, aber sie hielt und er musste sich ein paar Mal dagegen stemmen, bevor sie aufging. Du weißt schon, dass das doch Beschädigung ist, bemerkte Rainer hinter ihm. Ja, und ich weiß auch, dass dich das nicht kümmert, antwortete Torben, und Rainer zuckte mit den Schultern, was so viel wie ja bedeuten sollte. Die Tür ging auf und die beiden traten ein. Im Inneren war es finster und sie schalteten ihre Taschenlampen ein. Das Licht fiel auf Schutt, der den Boden bedeckte. Glassplitter und die alten verdreckten Wände. Torben trat als erster ein, Rainer dicht hinter ihm. Ein Luftzug fegte ihn entgegen. Es war kalt und es roch abgestanden und nach Moda. Torben blieb stehen und drehte sich zu Rainer um. Er hat etwas vom Keller geschrieben. Irgendeine Ahnung, wo der ist? fragte Warum denkst du ich hätte eine? War noch nie hier. Vielleicht weiß es meine Cousine, die ist vernaht in solche alte Orte. Wobei ich nicht denke, dass die schon einmal hier war. Allein deswegen, weil sie wohl kaum über den Zaun gekommen wäre, sagte Rainer. Torben nickte, hörte ihm aber kaum zu. Er wandte sich nach rechts und ging los. Rainer folgte ihm. Der Gang ging mit Patientenbetten. Eine der Türen stand offen. Das Bett war umgeworfen und die Matratze lag am Boden. Torben blickte in den Raum und glaubte auf dem Stoff Blutflecken zu erkennen. Sie waren schon alt. Nach einiger Zeit fühlte der Gang sie zu einer Kreuzung. Ein weiterer ging nach links ab. Rechts war eine Tür zu einem Büro und etwas weiter hinten waren zwei Treppen. eine nach unten und eine nach oben. Es war dunkel und das Licht funktionierte nicht mehr. Vorsichtig tasteten sie sich die Treppe hinunter. Sie führte durch einen engen Schacht, gerade breit genug für einen Mann. Torben war froh, nicht unter Klaustrophobie zu leiden, so wie einer seiner ehemaligen Kollegen. Ich frage mich, ob Walter auch hier war, meinte Rainer. Walter, ihr Ermittlungen einfach verschwunden war. Keine Ahnung, ich frage mich eher, ob Wagner ihn gekannt hat. Er hat ihn nicht erwähnt, antwortete Torben. Damals war diese Journalistin, die einen Artikel über Pharmatoll hatte schreiben wollen, ermordet worden, und Walter hatte eigene Ermittlungen aufgenommen, bevor er verschwunden war. Vielleicht hatte er dabei auch Wagner getroffen, oder dieser stand mit der Journalistin von damals in Verbindung. Torben dachte sich, dass das alles vielleicht gerade im Begriff war, sich zu wiederholen. Wagner war verschwunden, und wahrscheinlich war er tot, wie die Frau von damals, und er und Rainer würden verschwinden, so wie Walter. Niemand würde jemals wieder von ihnen hören. Am Ende der Treppe befand sich eine Eisentür. Sie war verschlossen. Toll, was jetzt? meinte Torben und drehte sich zu Rainer um. Dieser schien weniger beeindruckt und griff in seine Tasche. Wohl dem, der vorausplant, meinte er und zog etwas langes hervor. Vor einiger Zeit gab es diesen Kurs im Schlösser öffnen. Ich habe teilgenommen. Ich dachte, dann verrenke ich mir nicht zu die Schulter, wenn ich mal wieder durch eine verschlossene Tür muss. Dann bist du als ob ich mir das Ganze wirklich gemerkt habe. Tritt mal zur Seite, dann sehen wir es ja. Torben ging zur Seite und ließ Rainer an die Tür. Dieser ging in die Hocke, führte den Dietrich ein und arbeitete eine ganze Weile leise vor sich hin schimpfend an dem Schloss. Torben war sich nicht mehr sicher, ob er es jemals öffnen würde, als er ein Klacken hörte und die Tür aufsprang. Rainer trat beiseite und wies vor sich. Vor ihm lag ein langer, dunkler Gang. Der Boden war mit Fliesen bedeckt und der Keller wirkte weniger herunter gekommen als die oberen Bereiche der Anstalt. Fast schien es so, als wäre vor kurzer Zeit noch jemand hier gewesen. Die beiden traten ein. Der Keller war größer, als sie es ein Lagerraum. Was war das? Wo zum Teufel sind wir hier? sprach Rainer aus, was Tauben dachte. Er griff eine der Türen und schob sie auf. Tauben trat zu ihm und ging mit ihm in den nächsten Raum. Es war ein Büro, in dem sich aber nichts mehr befand. Die Schränke waren ausgeräumt, die Tische leer. Computer waren entfernt worden oder es waren auch hier der Putz. Tauben trat zurück auf den Flur, ging zur nächsten Tür und öffnete diese. Wieder ein Büro. Auch dieses war leer. Nichts war verblieben, alles mitgenommen worden. Tauben hatte nicht das Gefühl, dass das mal zur Klinik gehört hatte. Nein, das war erst später hier eingerichtet worden. Hey, Tauben, rief Rainer ihm zu. Tauben drehte sich um und lief und deutete mit der Hand auf den Raum vor ihn. Sieht aus wie eine Art Labor, findest du nicht? fragte er ihn und Torben trat neben ihn und blickte ins Innere. Vor ihn lag ein großer Raum. In dessen Mitte sich mehrere fest mit dem Boden verbundene Tische befanden. Ein paar alte Mikroskope standen auf den Tischen. In den Schränken an der Wand sahen sie Bücher und Proben. Torben trat näher heran und sah es sich an. In einem der Schränke befand sich eine Menge von Proben mit Ausschriften. Bei keiner wusste er, was das war. Er machte ein Foto mit seinem Handy. Neben dem Schrank stand ein alter Kühlschrank, der schon lange nicht mehr in Betrieb war. Im Inneren fand Torben noch weitere Proben, die inzwischen aber sicherlich tot waren, da sie bestimmt seit Jahren schon nicht mehr gekühlt wurden. Dargon, meinte Rainer hinter ihm und er wandte ihm den Kopf zu. Wie bitte? Das steht da an der Wand, meinte Rainer und folgte seinem Fingerzeig. Es war kaum noch leserlich, aber da stand tatsächlich in grünen Buchstaben Dargon. Torben runzelte die Stirn. Dargon ist keine Person, murmelte er und schüttelte den Kopf. Es ist eine Organisation. Kapitel 18 Emilia hatte den ganzen Abend lang gearbeitet. Sie war das Dokument von Schrammer durchgegangen und je weiter sie gelesen hatte, desto mehr hatte sie begonnen, sich unwohl zu fühlen. Was auch immer er genau gemacht hatte, er hatte sicherlich keinen Impfstoff gesucht. Die unleserlichen Passagen machten es schwer für sie alles nachzuvollziehen, aber auch ohne diese zeichnete sich langsam ein Bild. Michael hatte daran gearbeitet, das Virus zu verändern. Aber er hatte nicht versucht, es zu schwächen. Im Gegenteil, er hatte den Erreger verstärkt, so dass er seine Symptome nicht nur wesentlich schneller entfaltete, sondern diese auch von weitaus größerer Heftigkeit waren. Die Sterblichkeitsrate in diesem Fall lag wahrscheinlich irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent und glich damit denen der schlimmsten Viren wie Ebola. Und sie war noch nicht am Ende des Dokumentes angekommen. Michael war noch gar nicht fertig gewesen. Was hast du nur gemacht? flüsterte sie und stand auf. Sie ging in die Küche, kochte sich noch eine Tasse Tee und setzte sich dann wieder an ihren Laptop, den sie sich ins Wohnzimmer gestellt hatte. Ihre Wanduhr tickte unaufhörlich und einen Moment hielt sie inne und lauschte ihr. Dann konzentrierte sie sich wieder auf das Dokument. Wahrscheinlich würde sie die ganze Nacht durch arbeiten, wenn es sein musste. Am Anfang hatte sie die Aufgabe zwar auch ernst genommen, aber jetzt machte sie sich wirklich Sorgen. Was hatte Michael da getan? Vielleicht ist es besser, dass er tot ist, dachte sie sich, auch wenn sie sich nach wie vor fragte, wer ihn eigentlich ermordet hatte. Weshalb hat er überhaupt an dieser Verstärkung des Virus gearbeitet? Wer hatte ihn dafür bezahlt? Viele Fragen und auf keine davon kannte sie eine Antwort. Sie trank ihren Tee, während sie weiter arbeitete und das Dokument las. Er hatte weiter daran gearbeitet, den Virus noch mehr zu verstärken, bis er eine Mortalitätsrate von 92 bis 95 Prozent erreicht hatte. Danach hatte er sich einer anderen Arbeit zugewandt. Er hatte den Virus so verändert, dass er sich anders übertragen ließ. Wie genau verstand sie nicht, denn es fehlten Text Passagen. Plötzlich dämmerte ihr die grausame Wahrheit. Du hast eine Bio-Waffe erschaffen, flüsterte sie. Sie warf nochmals einen Blick in seine Aufzeichnungen und da verstand sie es plötzlich. Eigentlich war es ganz simpel. Er hatte die Lipidmembran des Virus so verstärkt, dass es gegen alle Angriffe von außen geschützt war wie ein Panzer. Dann hatte er die Spikes, die auf der Hülle angeordneten Bindungsproteine so manipuliert, dass sie sich vergleichbar mit dem Generalschlüssel einer Schließanlage überall andocken und ihr tödliches Werk beginnen konnten. Emilia verschlug es den Atem. Was sie hier vor sich sah, war die perfekte Mordwaffe und deshalb so besonders perfide, weil sie für das menschliche Auge unsichtbar und schnell auf die Opfer zu übertragen war. Für einen kurzen Moment schien sich alles um sie herum zu drehen. Draußen wurde der Regen stärker und sie hörte irgendwo einen Schlag. Emilia stand auf und ging zum Fenster. Sie blickte in den Garten. Niemand da. Ihre Hand fuhr in die Tasche ihrer Jeans und sie zog ihr Handy hervor. Der Regen prasselte hinter ihr gegen die Scheibe. Als sie sich umdrehte, sah sie nicht, wie sich im Garten langsam eine Gestalt erhob. Sie war dunkel gekleidet. Der schwarze Mantel wirkte fast wie aus Wachs. Wie ein Tier näherte sie sich der Scheibe, während die Media im Wohnzimmer stand. Sie wählte Taubens Nummer und wartete. Nichts. Es war schon spät, aber er hatte ihr gesagt, sie soll anrufen, egal wann. Einen Moment wartete sie noch, dann legte sie wieder auf. Jemand klingelte. Sie zuckte zusammen, drehte sich langsam um und lief in die Richtung der Haustür. Vorsichtig blickte sie durch den Türspion und sah zwei Polizisten vor die Tür stehen. Sie machte auf und einer der Beamten trat auf sie zu. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Dr. Winter, aber wir wollten bei Ihnen vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist, sagte der Polizist. Sie runzelte die Stirn. Ja, natürlich ist alles in Ordnung. Wieso? Eine Nachbarin hat uns angerufen, weil sie meinte, eine dunkle Gestalt um die Häuser herum schleichen zu sehen. Wahrscheinlich ein Einbrecher. Sie meinte, er wäre in ihrem Garten gewesen. Sollen wir nachsehen? In meinem Garten? Ihr Herz begann zu rasen. Sie sagte nichts mehr, sondern nickte nur. Die beiden Polizisten gingen an ihr vorbei, betraten den Garten und sahen sich um. Es war dunkel und alles war feucht. Der Regen fiel unaufhörlich. Die Pflanzen schaukelten im Wind. Eine Weile standen sie dort, liefen etwas auf und ab und kamen dann zu ihr zurück. Da ist niemand. Bitte verzeihen sie die Störung. Sollen wir noch eine Weile hier bleiben? fragte der ältere Polizist sie. Nein, aber könnten sie vielleicht Kommissar Brauer bitten, dass er mich zurück ruft? fragte sie ihn. Der Polizist nickte. Ich werde ihn mal anrufen, meinte er, drehte sich um und setzte sich wieder in seinen Wagen. Er zog die Tür zu und der Wagen fuhr davon. Sie blickte ihm noch einen Moment nach, dann ging sie wieder ins Haus. Torben ging in die Hocke und hob etwas vom Boden auf. Es war ein alter Aktenordner, in dem sich nichts mehr befand. Dagon, streng vertraudig, stand darauf. Sieh mal, das muss jemand hier vergessen haben, sagte er zu Rainer. Dieser drehte sich zu ihm um und blickte auf den Ordner. Er nickte. Scheint so, Dagon, was genau sind die? Eine Organisation? Eine Firma? Rainer kratzte sich am Kopf. Torben konnte ihm diese Frage nicht beantworten. Er versuchte seine Gedanken zu ordnen und fragte sich, was sie da gerade gefunden hatten. Diese Laborräume wurden offensichtlich schon seit einiger Zeit nicht mehr aber sie waren nicht so alt wie die Einrichtung selbst. Vielleicht hatte man sie vor Jahren aufgegeben, das meiste mitgenommen, aber immer noch abgeschottet. Man hatte dafür gesorgt, dass keiner hierher kommen konnte und niemand herausfinden würde, was man hier unten getan hatte. Es gab zu wenig Indizien. Torben konnte nicht sagen, an was man hier unten geforscht hatte. Er war sich nur sicher, dass man irgendeine Forschung durchgeführt hatte. Hatte Michael Schrammer etwas mit diesen Leuten zu tun gehabt? Ein Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Schritte halten durch den Gang. Rainers Hand wanderte zu seiner Waffe und er drehte sich um. Draußen brannte kein Licht. Nur der Schein ihrer Taschenlampe erhellte den Untergrund. Torben machte seine Lampe aus. Rainer tat es ihm gleich. Im nächsten Moment standen sie in kompletter Dunkelheit. Sie waren still, als Torben's Handy plötzlich zu vibrieren anfing. Er griff in die Tasche und zog es hervor. Rainer blickte weiter auf den Gang. Niemand schien hier zu sein. Vielleicht hatten sie sich getäuscht. Ja, Brauer, meldete er sich. Es war Emilia Winter. Gut, dass ich sie endlich erwische. Ich habe einen Teil des Dokuments jetzt durchgearbeitet. Wie es scheint, hat Schrammer an einer Art Biowaffe gearbeitet. Er fragte sich einen Moment, ob sie das gerade ernst meinte. Wie bitte? An einer Biowaffe? Mangels eines besseren Namens würde ich heilige Scheiße, murmelte er und Rainer fragte ihn, was passiert war. Er stellte das Handy auf Lautsprecher, so dass Rainer es auch hören konnte. Ist dieser Schrammer vielleicht vollkommen verrückt geworden? fragte Rainer und Emilia brauchte nicht lange, um diese Frage zu beantworten. Es scheint so. Ich habe keine Ahnung, was ihn dazu getrieben hat, aber ich nehme an, dass er dafür enorm gut sagen, aber das wäre gut möglich. Vielleicht sollten sie herkommen. Ich habe den größten Teil des Dokuments jetzt durch. Nur die verschlüsselten Stellen verstehe ich immer noch nicht. Ohne die, fürchte ich, werden wir es nicht komplett verstehen. Torben wollte gerade etwas antworten, als er wieder etwas hörte. Im nächsten Moment krachte ein Schuss, verfehlte ihn nur knapp und schlug hinter ihm in der Wand ein. Glassplitter flogen, ein Stück Stein sprang ab und Torben warf sich zu Boden. Rainer duckte sich und ging an der Wand in Deckung. Weitere Schüsse, jemand feuerte aus einem Maschinengewehr und die Kugeln krachten durch das Glasfenster, das das Labor vom Gang trennte. Glas regnete auf den Boden herab und die Kugeln schlugen hinter ihnen in die Wand, wo die Fliesen absplitterten. Rainer Kugeln flogen durch den Raum und verfehlten ihre Ziele nur knapp. Torben hob den Kopf, dann schoss er mehrmals auf den Angreifer und glaubte, dass er ihn traf. Der Mann schien zurück zu taumeln, griff sich an die Schulter, feuerte dann aber wieder. Die Kugeln flogen jetzt geräuschlos durch die Fenster, denn die Scheiben waren längst herausgeflogen. Sie brausten ungehemmt durch die Luft und schlugen hinter ihnen in der Wand ein. Die Gestalt drehte sich um. Rainer schoss noch einmal und auch er schien ihn zu treffen. Die Gestalt verschwand wieder und erneut krachten Schüsse, schlugen hinter und vor ihnen ein und beide konnten die Deckung nicht verlassen. Es war zu gefährlich, eine Kugel hätte sie treffen können. Wahrscheinlich sah der Angreifer nicht, wo sie sich genau befanden, aber feuerte trotzdem. Nach einiger Zeit richtete Tauben sich auf. Der Kerl war verschwunden, aber jetzt wussten sie, dass die, wer immer sie auch waren, von ihnen wussten. Verdammt, das war knapp, sagte Tauben und atmete tief durch. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack, keuchte Rainer. Wir sollten zu Imedia. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, nickte. Daran hatte er auch schon gedacht. Beilen wir uns, rief Rainer zu, und dann rannten sie zur Treppe. Am Boden sahen sie Blut. Sie hatten ihren Angreifer also wirklich getroffen. Einen Moment fragte Tauben sich, ob der Angreifer oben an der Treppe auf sie wartete, sie empfangen und auf sie herabschießen würde, aber da war niemand. Er zog es vor zu fliehen, doch scheinbar hatten sie ihn doch schwerer verletzt. An der Treppe wären sie eigentlich eine einfache Beute für ihn gewesen, aber er war nicht da. Kapitel 19 Emilia hatte sich wieder an den Computer gesetzt. Es war nicht nur das, was sie gerade über Michael erfahren hatte und wie abrupt Torben aufgelegt hatte. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich unwohl, als würde sie wissen, dass etwas nicht stimmte. Immer wieder blickte sie auf und schaute zum Fenster hinaus, sah in der Dunkelheit aber nichts. Wer sollte auch dort sein? Es regnete, war mitten in der Nacht und es war kalt. Natürlich war da niemand. Sie war allein. Ganz allein. Wieder blickte sie auf den Computer und scrollte im Dokument nach unten. Sie las weiter, machte sich Notizen und je mehr sie las, desto unwohler fühlte sie sich. Was Michael getan hatte, war schrecklich und dafür gab es keine Entschuldigung. Ganz gleich, welchen Grund er auch gehabt hatte. Er hatte die Struktur des Wuhan-Virus verändert und und so verstärkt. Der Virus selbst war schon gefährlich genug, aber nach Michaels Anpassungen hatte er das Potenzial, die gesamte Menschheit zu gefährden. Und das war noch gelinder ausgedrückt. Sie schüttelte den Kopf. Zwar hatte sie Michael schon lange nicht mehr gemocht, aber das hatte sie ihm nicht zugetraut. Sie hatte ihn immer für einen mürrischen Mann gehalten, der seinen eigenen Weg ging, nicht aber für einen Wahnsinnigen. Es gab keine Entschuldigung, er musste gewusst haben, was er tat. Sie trank noch einen Schluck Tee und blickte auf ihr Handy. Torben hatte sie vor kurzem noch einmal angerufen. Sie hatte das Handy stumm geschaltet, wie sie es immer tat, wenn sie arbeitete. Emilia nahm sich das Handy und wollte ihn gerade zurückrufen, als Sie steckte es ans Ladegerät und setzte sich wieder an den Computer. In zehn Minuten würde sie ihn zurückrufen. Emilia war sich nicht sicher, ob Michael das Virus genauso verändert hatte, wie sie es vermutete. Es gab mehrere Möglichkeiten, aber mit ein paar Laborversuchen würde sie es vielleicht nachvollziehen können, doch im Moment konnte sie nur raten. Michael war schon immer eigenwillig gewesen. Sie hatte ihn aber doch für einen sehr moralischen Menschen gehalten, aber ein Psychopath, der sich der Konsequenzen seines Handelns überhaupt nicht bewusst gewesen war, oder der für Geld alles tat. Sie war zutiefst erschüttert. Oh Michael, wie tief bist du nur gefallen, murmelte sie. Ein Blitz erhellte ihr Haus, und kurz darauf folgte ein Donnerschlag. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. Es war spät und langsam wurde sie müde. Sie hatte die letzte Nacht nur drei Stunden geschnafen und seitdem durchgearbeitet. Ihr Nacken war steif und langsam bekam sie Kopfschmerzen. Emilia war noch nicht fertig, aber sie wollte nicht aus Übermüdung Fehler machen. Sie stand auf, ging in die Küche und nahm ein Aspirin, kochte sich einen Kaffee und blickte nach draußen. Regen prasselte gegen die Scheibe und sie sah die Büsche vor ihrem Fenster, wie sie sich im Wind wiegten. Manchmal schlugen die Äste gegen das Fenster und es hörte sich so an, als wäre dort jemand. Als sie hierher gezogen war, hatte sie das immer nervös gemacht. Inzwischen hatte sie sich aber daran gewöhnt. Emilia glaubte, dass fast alles nur Gewöhnungssache war, vielleicht auch die Arbeit an Dann fiel ihr auf, wie kalt es eigentlich war. Sie nahm ihren Kaffee und ging zurück ins Wohnzimmer. Die Tür zur Terrasse stand offen. Sie erstarrte. Das Licht war aus. Sie sah niemanden, war sich aber sicher, dass jemand hier war. Bewegungslos stand sie da und fragte sich, ob sie rennen sollte. Zu der Tür und in den Garten. Aber vielleicht wollte er genau das. Vielleicht war er draußen und wartete auf sie. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Handy war ein Stück von ihr entfernt. Sie kam nicht an es heran und eine Weile stand sie einfach nur da und war ratlos. Von einem ihrer Sessel erhob sich eine dunkle Gestalt. Regen tropfte von ihrer Kleidung als sie sich näherte. Was haben sie der Polizei gesagt? fragte eine kalte Stimme. Emilia atmete tief durch und blickte die Gestalt an. Es war dunkel und sie konnte sie kaum erkennen. Nur das Wasser, das von ihrer Kleidung auf den Boden getropft war, sah sie im Licht der Straßenlaterne, das in den Raum fiel. Er war zur Tür hereingekommen, zum Sessel gegangen und hatte dort auf sie gewartet. Ich will nur wissen, ob ich die Polizisten auch töten muss, sagte er kühl und sie wich einen Schritt zurück. Haben sie keine Angst, es geht ganz schnell. Emilia wollte schreien, aber kein Geräusch entkam ihrer Kehle. Die andere Möglichkeit ist, dass sie mit mir kommen. Michael ist fort, aber ich denke, sie wären ein guter Ersatz, sprach die Gestalt. Hören sie, begann sie und wich zurück. Was sollte sie tun? Nein, wirklich bedauerlich. Torben und Rainer waren zurück zu ihrem Wagen gelaufen, hineingesprungen und losgefahren. Unterwegs hatte Rainer eine Streife gerufen und zu Emilia Winters Haus geschickt. Torben war sich nicht sicher, ob sie vor ihnen ankommen würden. Diese Leute, mit denen sie es hier zu tun hatten, waren gefährlich und er fürchtete, dass sie alle in Gefahr waren. Er hätte Emilia bitten sollen, ins Präsidium zu kommen und ihre Arbeit dort durchzuführen. Torben parkte direkt vor ihrer Haustür und sprang aus dem Wagen. Rainer, der ab, kaum ein paar Sekunden später als sie. Im Haus brannte kein Licht. Torben wusste nicht, ob Emilia noch da war. Er trat an die Tür und klingelte. Das Klingeln zerriss die Stille. Der Mann in Schwarz drehte den Kopf und blickte zur Tür. Seine Hand schnellte in seine Tasche und er zog eine Waffe hervor. Emilia wartete nicht lange, sondern rannte zurück in die Küche und warf sich zu Boden. Er schoss, aber in der Finsternis verfehlte er sie. Weg mit der Waffe, donnerte Rainer, der um das Haus herum gelaufen war und jetzt im Garten stand. Wasser lief ihm übers Gesicht, aber er entdeckte die Gestalt, die mit dem Schwarz des Raumes zu verschwimmen schien. Sie war nur eine Kontur, aber er sah sie trotzdem. Der Mann drehte sich zu ihm um und Rainer schoss. Er schien ihn zu treffen. Der Mann stolperte und verschwand in der Dunkelheit. Rainer lief nach vorne und duckte sich. Es knallte. Eine Kugel flog durch die Nacht und verfehlte ihn nur knapp. Die zwei Streifen Polizisten kamen in den Garten gelaufen. Er drehte den Kopf, als er sie sah und gestikulierte ihn, dass sie zurückbleiben sollten. Wo der Angreifer war, sah er nicht. Er musste irgendwo in der Dunkelheit des Hauses sein, in der er in seiner dunklen Kleidung fast unsichtbar war. Wieder krachten Schüsse. Rainer und die anderen beiden Polizisten drückten sich an die Wand. Sie konnten nicht blind nach drinnen feuern, denn Emilia konnte auch irgendwo sein. Emilia hörte die Schüsse und endkauerte sie nur am Boden und wartete ab. Wieder krachten Schüsse, dann wurde es still. Sie richtete sich auf, blickte auf das Fenster und huschte dann auf es zu. Ohne nach hinten zu blicken, öffnete sie es und kletterte hinaus. Torben stand noch immer vor der Tür. Er warf sich mit der Schulter dagegen und brach sie auf. Die Tür barst und er stürmte ins Haus. In der Dunkelheit sah er nicht viel, aber er machte die Konturen eines Mannes aus, der neben dem Tisch stand. Der Mann drehte sich um und hob die Waffe. Torben schoss. Die Kugel schien ihn zu treffen und er hörte jemanden zu Boden fallen. Torben blieb noch einen Moment stehen und atmete tief durch. Wie es schien hat er den Angreifer erschossen. Es war still. Dort hinten lag er und bewegte sich nicht mehr. Rainer und die beiden Streifen Polizisten betraten den Raum. Einer von ihnen lief zu dem Mann und beugte sich über ihn. Dr. Winter rief Tauben und sah sich um. Sie waren nirgends zu sehen und er fragte sich ob sie zu spät waren. Er und Rainer sahen sich kurz an. Such nach ihr, vielleicht ist sie draußen, ich kümmere mich um den Kerl, meinte Rainer und Torben nickte. Rainer trat zu dem Polizisten und beugte sich über den am Boden liegenden Mann. Blut lief ihm übers Gesicht, zwei Kugeln hatten seinen Körper durchschlagen und er lag reglos am Boden. Er atmet noch, sagte der Polizist. Rainer zog sein Handy aus der Manteltasche. Ich rufe einen Krankenwagen, sagte er und wählte den Notruf. In fünf Minuten würde der Krankenwagen da sein. Rainer beugte sich über den Killer. Okay, warum bist du hier? Für wen arbeitest du? fragte er ihn, aber der Mann antwortete nicht. Er lag im Sterben und würde ihnen wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Ihr werdet alle sterben, murmelte er noch. Dann sackte sein Kopf zur Seite und er war tot. Rainer seufzte und schüttelte den Kopf. Der würde ihnen nichts mehr erzählen. Torben sah sich draußen um. Es war dunkel, die Straßenlaterne war ausgefallen und nur das Licht der weiter oben stehenden fiel auf die Straße. Dr. Winter? rief er in die Nacht und blickte die Straße hinab. Sind sie hier? Ein Moment herrschte Stille, dann hörte er ein Geräusch und drehte den Kopf. Vorsichtig erhob sie sich aus den Büschen vor ihrem Fenster. Ihre Bluse war durchnässt und klebte an ihrem Körper. Sie schien verängstigt, aber unverletzt. Sind sie in Ordnung? fragte Torben sie und reichte ihr die Hand. Sie nickte zögerlich, schien sich aber nicht sicher zu sein. Ja, ich denke schon, er hat mich nicht getroffen. Wer war der Kerl? Er war einfach plötzlich da und hat mich bedroht. Dann ist ihr Kollege aufgetaucht und im Haus gab es eine Schießerei. Sie sprach erstaunlich gefestigt und fast schon ruhig. In Anbetracht dessen, was gerade passiert war, überraschte ihn Augen weiteten sich. Sie schienen das nicht glauben zu wollen. Wie bitte? Ein Auftragsmörder? Sie schüttelte den Kopf und blickte zu Boden. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemandem das Geld wert bin. Tauben musste grinsen und hätte fast gedacht. Sie sah ihn an. Na, so ist es doch. Das hätte ich wirklich nie erwartet. Kann ich wieder in mein Haus? Ich würde mich gern umziehen, denn meine Kleidung ist klatschnass, fragte sie. Ja, sicher, aber ich warne sie, die Leiche liegt immer noch dort. Das macht mir nichts aus. Mehr sagte sie nicht. Tauben brachte sie wieder nach drinnen und sie verschwand nach oben, um sich umzuziehen. Wenig später kam sie in neue Kleidung wieder zurück. Ihr Blick wich der Leiche aus und sie trat zu Torben. Rainer war am Telefon und redete mit jemandem. Hören Sie Torben, ich bin mit dem Dokument fast fertig. Wie es scheint, hat Michael an einer Art Biowaffe gearbeitet. Er hat versucht, das Virus so zu verändern, dass es schneller übertragbar ist und seine Symptome schwerer ausfallen. Im Moment liegt die Mortalitätsrate bei etwa 6%. Mit Michaels Veränderung dürfte sie aber auf über 90% Ich bin noch nicht ganz fertig, aber morgen sollte ich es sein. Sie sollten mit uns kommen. Hier ist es zu gefährlich. Ich bringe sie aufs Präsidium und sie können von dort aus arbeiten, schlug er vor. Sie nickte dankbar und stemmte zu. Ja, das wird besser sein. Wenn ich ehrlich zu ihnen sein soll, dann fühle ich mich hier sowieso nicht mehr wohl. Muss ich Angst haben, dass man es noch mal ein zweites Mal versuchen wird? fragte sie und er seufzte. Das wusste er nicht, aber er hielt es für wahrscheinlich. Das kann ich ihnen nicht sagen, aber es ist davon auszugehen. Es wird besser sein, wenn sie von nun an bei uns bleiben. Ich werde ein paar Beamte anweisen, auf sie aufzupassen. Das schien sie zufriedenzustellen. Sie Emilia saß in dem Büro, das Torben ihr zugeteilt hatte und arbeitete. Angestrengt schaute sie auf den Bildschirm und nur wenn Torben zu ihr kam, um ihr etwas Kaffee zu bringen, blickte sie kurz auf. Sie schien froh zu sein, nicht mehr alleine zu Hause zu sein und ohne Unterlass arbeitete sie den Rest des Dokumentes durch. Torben wartete, redete etwas mit Katharina und Rainer und hoffte, dass die Arbeit bald erledigt war. Katharina hatte ihn zwar, wie er es erwartet hatte, für seinen Alleingang, auch wenn es eigentlich keiner gewesen war, Rainer war ja bei ihm gewesen, gerügt, dann aber nichts mehr gesagt. Im Moment gab es wahrlich wichtigere Dinge. Sie mussten wissen, was Schrammer mit seiner Forschung eigentlich vorgehabt hatte. Torbens Telefon klingelte. Ja, Torben Brauer meldete er sich. Es war der Techniker, der den Computer von Schrammer untersucht hatte. Kommissar Brauer, ich habe gute Neuigkeiten. Mir ist es gelungen, das Passwort des verschlüsselten Dokumentes zu knacken. Auch darin jede Menge in Altgriechisch, aber soweit ich es verstehe, ist das eine Art Code. Möglicherweise kann man damit die Passagen in den anderen Dokumenten übersetzen. Jedem Wort ist hier ein deutsches Wort zugeordnet, welches aber nicht der eigentlichen Bedeutung in Altgriechisch entspricht. Gute Arbeit, schicken Sie mir das Dokument bitte zu, ich werde es mir sofort ansehen. Wies Torben ihn an und weniger als eine Minute später hatte er das entschlüsselte Dokument in seinem Mail Angang. Sieh sich das mal an, murmelte er. Rainer und Katharina traten hinter ihn, Altgriechisch. Jedem von ihnen war eine Bedeutung in Deutsch zugeordnet, die scheinbar willkürlich gewählt worden war. Deswegen hat der Text in dem Dokument keinen Sinn gemacht. Man muss ihn mit Schrammers Zuordnung übersetzen, ansonsten ergibt er nichts, meinte Katharina. Was auch immer darin stand, Schrammer hatte sich größter Mühe gemacht, es zu verbergen. Selbst einige seiner Mails hatte er auf diese und trat ein. Sie blickte auf und schenkte ihm ein kurzes Lächeln. Ich bin fast fertig, erklärte sie. Gute Arbeit, ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, ohne Sie würden wir nicht weiterkommen. Unserem Techniker ist es gelungen, das verschlüsselte Dokument von Schrammers Computer zu öffnen. Darin befindet sich eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Übersetzungsanleitung für die altgriechischen Texte, erklärte er ihr. Emilia zog die Augenbraue hoch und sah ihn verwirrt an. Sie meinen also doch eine Art Code? So in etwa. Er hat die Bedeutung der Wörter vertauscht. Wir müssen den Text nur mit Hilfe dieser Liste übersetzen. Dann sollten wir wissen, was dort steht. Bringen Sie mir den Text. Das kann ich machen. Wird ohnehin besser sein. Ich denke nicht, dass Sie diese Information verstehen würden, sagte sie und Tauben stimmte ihr zu. Er ging zurück in sein Büro, bat Katharina den Text auszudrucken und brachte ihn dann zu Emilia. Es waren mehrere Seiten voll von Wörtern, denen jeweils eine deutsche Übersetzung zugeordnet war. Es musste eine wahnsinnige Arbeit gewesen sein, all dies zu erstellen und zu verschlüsseln. Schrammer musste Wert darauf gelegt haben, dass niemand diese Texte Hand und betrachtete sie. Sie verdrehte die Augen und seufzte. Das wird eine Weile dauern, aber sollte nicht zu schwer sein. Es ist eine reine Fleißarbeit, meinte sie und grinste dann einen Moment. Es wundert mich wirklich, dass Michael so eine Arbeit auf sich genommen hat. Er war eigentlich immer die personifizierte Faulheit für mich und hat, abgesehen von seiner Forschungsarbeit wirklich nur das Nötigste gemacht. Nun ja, für ihn war das wahrscheinlich das Nötigste, wenn er sein Tun vertuschen wollte, antwortete Torben. Wenn sie wollen, kann ich Katharina bitten, ihnen zu helfen. Das wird nicht nötig sein. Ich schaffe das schon alleine, lehnte sie ab. Wenn sie irgendetwas brauchen, dann wissen sie ja, wo sie mich finden. Ich lasse sie jetzt wohl besser wieder allein. Emilia nickte nur. Sie halsten ihr verdammt viel Arbeit auf, aber sie beschwerte sich nicht darüber. Nachdem sie mit dem Dokument komplett fertig war und ihre Notizen vermerkt hatte, griff sie sich die von Torben ausgedruckten Blätter und machte sich an die Übersetzung. Kapitel 21 Nachdenklich ging Wolf Flens auf und ab. Seitdem die beiden Polizisten hier gewesen waren, war er nur noch unruhig. Sie hatten nach etwas gesucht, nach einer Unstimmigkeit und ihr Drang, diese zu finden, hatte ihn angesteckt. Etwas stimmte nicht, Michaels Projekte waren völlig falsch finanziert worden. Die beiden hatten recht, all diese Ausgaben machten keinen Sinn. Er hatte mit Nathalie Meuschels darüber geredet, aber sie hatte nur abgewinkt und ihm gesagt, er solle sich nicht um Dinge kümmern, die nichts angehen. Das hatte Wolf geärgert. Immerhin war er in dieser Firma auch nicht gerade nur der Laufbursche, aber Nathalie Meuschels behandelte ihn oft so. Sie behandelte alle Leute von oben herab und er hatte sie stets als äußerst arrogant und herablassend erlebt. In diesem Fall war sie aber noch kälter als sonst gewesen und in ihrem Blick hatte eine Schärfe gelegen, die ihn zusammen zucken ließ. Trotzdem, so sehr sie das auch nicht wollte, er hatte sich all die Ausgaben noch einmal angesehen, hatte sich sämtliche Informationen noch einmal durchgelesen und dabei war ihm etwas aufgefallen. Und zwar, wer alles bewilligt hatte und wie es überhaupt zum Fluss dieser Gelder gekommen war. Wolf Lenz hatte etwas getan, was er noch nie getan hatte. Er hatte sich den Anweisungen von oben widersetzt und eigene Nachforschungen durchgeführt. Wenn Frau Meuschels oder Marxmann das erfuhren, dann würde er ein Problem bekommen. Im Grunde glaubte er, dass er schon jetzt ein Problem hatte. In seinem kleinen Büro war es ruhig. Niemand kam zu ihm und er arbeitete die meiste Zeit ungestört. Wenn jemand kam, dann war es nur einer der Betriebsleiter, der eine Ausgabe mit ihm besprechen wollte. Aber auch die erschien nur noch selten. Immer mehr wurde über Telefon und E-Mails geregelt und die meiste Zeit des Tages war Wolf einfach allein. Als er noch jünger gewesen war, hatte ihn das gestört, aber inzwischen hatte er sich an die Einsamkeit ganz gut gewöhnt. Er war sogar ganz froh darüber, denn das bedeutete, dass er besser arbeiten konnte. Er war effektiver und alles kostete ihn weniger Zeit, wenn nicht ständig die Tür seines Büros geöffnet wurde und irgendjemand mit einer neuen, angeblich ach so wichtigen Sache an ihn herantrat. Seine Hand griff zum Telefon. Er wählte die Nummer der Polizei und hielt inne. Er sollte es nicht von hier aus tun. Das würde ihm nur Probleme bereiten. Man konnte nachvollziehen, von wo der Anruf gekommen war. Es auszutun. Er blickte auf die Uhr, kurz vor fünf am Nachmittag. In einer Stunde würde er Schluss machen und nach Hause gehen. Dann konnte er sich darum kümmern. Um fünf Uhr verließ er sein Büro, sperrte hinter sich ab und lief den verlassenen Gang entlang zum Ausgang. Niemand war hier. Die Lichter waren schon aus und er fragte sich, ob er der letzte im Büro war. Wahrscheinlich nicht, Marksmann arbeitete auch noch und es gab Leute, die trotz der Krise ihren Posten einfach nicht verlassen konnten. Wolf machte sich Sorgen um seine Tochter. Sie arbeitete in einem Kindergarten und dort hatten sie den Betrieb seiner Meinung nach viel zu spät eingestellt. Sie konnte sich inzwischen angesteckt haben. Vielleicht war sie schon infiziert und als sie das letzte Mal miteinander sprachen, da hatte sie böse gehustet. So böse, dass er sich gefragt hatte, ob sie das Wuhan Virus jetzt auch hatte. Vielleicht machte er sich einfach zu viele Sorgen, vor allem wenn es um seine Tochter ging. Als er durch die Eingangshalle ging, lag auch diese in Düsternis. Niemand schien mehr da zu sein. Draußen dämmerte es bereits und ohnehin war es heute gar nicht so richtig hell geworden. Es war, als wäre die Sonne mit dem Einbruch des Virus ebenfalls verschwunden. Einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen, Wolf. Er blieb stehen. Er starrte fast schon. Langsam drehte er den Kopf und blickte hinter sich. Nathalie Meuschels saß auf Hände gefaltet und wie immer ein falsches Lächeln auf ihrem Gesicht. Ihre blonden langen Haare hingen gerade nach unten und ihre Augen hatten etwas Stechendes wie er es noch nie gesehen hatte. Wie sie im Halbdunkeln vor ihm saß jagte sie ihm fast Angst ein. Danke den wünsche ich Ihnen auch Frau Meuschels. Mehr wollte er nicht mit ihr reden. Er drehte sich schon um und langsamen Schritten kam sie auf ihn zu. Der Hall ihrer Stöckelschuhe war durch das ganze Foyer zu hören. Ich habe nie Feierabend das wissen sie doch die Arbeit geht immer weiter auch zu Hause hört sie nicht auf so ist das Leben wenn man die Arbeit zum Lebensinhalt macht sagte sie mit einem Lächeln und blieb neben ihm stehen Wolf nickte Ja ich weiß was Sie meinen vielleicht sollten Sie sich einfach mal freinehmen Ich weiß sehr gut was ich sollte und was nicht ganz im Gegenteil zu einigen anderen Leuten hier sprach sie kühl ging ein paar Schritte und wie ein Raubtier umkreiste sie ihn ihre Hand legte sich auf seine Schulter und sie lächelte ihn an Ja antwortete er nur er wollte jetzt nicht mehr weiter reden und so wünschte er ihr nur einen schönen Feierabend was sie lediglich mit einem Nicken quittierte Wolf trat nach draußen lief durch den Regen auf seinen Wagen zu und stieg ein sein Atem ging schwer langsam fragte er sich ob sie ahnte dass er verbotener Weise nach der Wahrheit gesucht hatte sie hatte ihn so seltsam angesehen ihr lächeln war noch falscher gewesen als sonst er hatte sich gefragt ob sie vielleicht alles wusste jede kleinigkeit alles was er getan hatte Wolf schloss die Augen er startete seinen Wagen und fuhr los die Straßen waren leerer als sonst gefühlt war nur die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs er kam schneller voran als üblich somit hatte die Krise ja doch noch etwas Gutes er parkte auf dem Parkplatz eines nahen Supermarktes und ging einkaufen nur wenige Leute waren hier mehr als 20 durften ohnehin nicht mehr hinein viele Leute trugen Atemmasken tanzten um die anderen herum als würde die kleinste Berührung sich schon töten und eine Frau desinfizierte sich nach allem was sie angefasst hatte die Hände die Menschen hatten Angst sie wussten was in Italien passierte und sie fürchteten dass es hier genauso schlimm werden könnte Wolf war sich nicht sicher ob diese Angst begründet war oder ob sie einfach nur daher kam dass die Medien den Menschen jeden Tag Angst machten sie fürchteten sich und versuchten irgendwie die Kontrolle über ihr Leben zu behalten Wolf kaufte sich ein paar Dosen Chili Con Carne Toastbrot und noch ein paar andere Dinge die er brauchte eine Frau häufte sechs Packungen Klopapier in ihrem Wagen und er fragte sich ob manche Leute einfach den Verstand verloren hatten er schnaubte sagte aber nichts dazu spätestens an der Kasse jedoch würde die Enttäuschung für sie kommen denn pro Person durfte man seit einigen Wochen nur noch eine Packung Dann fuhr er nach Hause Es war schon dunkel als er dort ankam seine Einkäufe nahm und das Haus betrat Er legte sie in die Küche setzte sich an den Tisch und vergrub das Gesicht in den Händen Vielleicht hätte er einfach nicht tiefer im System nachsehen sollen Vielleicht hätte er nicht versuchen sollen Akten und E-Mails zu lesen die nichts anging Nach einer Weile starrte er auf das Telefon Irgendetwas kam ihm komisch vor Er nahm den Hörer ab Doch es war tot Er betrachtete es und stellte fest dass jemand den Akku entfernt hatte Wolf schüttelte den Kopf ging zurück in die Küche und griff sich sein Handy Er hatte es seit heute morgen nicht mehr benutzt denn er war einer der Menschen die ein Handy nur besaßen um gelegentlich zu telefonieren Wolf schrieb seinen Freunden nicht über WhatsApp das interessiert ihn alles nicht Er griff das Handy Es ging nicht mehr Der Akku war hier ebenfalls entfernt worden Was zum Teufel flüsterte er und starrte auf das tote Display Er ging ins Wohnzimmer und sah dort eine Gestalt in seinem Sessel sitzen Sie hatte die Beine übereinander geschlagen und das Licht erhellte nur ihren Unterkörper Die Hände hatte sie wie immer gefaltet ganz genau wie sie in ihrem Büro auch immer da saß Wolf Sie sind ein guter Mitarbeiter stets gewissenhaft und freundlich Es schmerzt mich sehr dass wir uns von ihnen trennen müssen Ihre Stimme war kalt und herablassend wie immer Jetzt aber war zusätzlich noch ein bösartiger Ton in sie getreten Nathalie Meuschels lächelte so viel sah er auch wenn ihr Gesicht in Dunkelheit lag Sie verzog die Mundwinkel zu einem entsetzlichen Grinsen und Wolf stand einfach nur da Was mischen sie sich in Dinge ein die sie nichts angehen Wolf fragte sie ohne ihren Körper auch nur ein Stück zu bewegen ich ich habe nichts nichts getan statterte er und fragte sich warum er überhaupt Angst hatte was auch immer sie wollte sie schien alleine hier zu sein und eine Waffe richtete sich nicht auf ihn ich weiß dass sie sich Akten angesehen haben die sie nichts angehen sie haben sich die E-Mail Konversation zwischen mir und Schrammer angesehen nicht wahr nein das das habe ich nicht statterte er und seine Stämme wurde schwächer und schwächer er hatte Angst furchtbar entsetzliche Angst sicherlich sie sind kein guter Lügner Wolf ganz im Gegenteil ihr Spiel ist so leicht zu derschauen wie das eines Laiendarstellers im Kindergarten was wollen sie ich gebe es zu ich habe mir das angesehen aber ich wollte nichts damit tun ich wollte niemandem davon erzählen und natürlich wollen sie das halten sie mich für dumm sie hatten nur zu viel Angst es von der Firma aus zu machen deswegen sind sie erst nach Hause gefahren um den Kommissar von hier aus anzurufen und ihn zu bitten niemandem zu sagen dass Mitarbeiter wie sie kann ich nicht länger gebrauchen wolf dann bin ich entlassen nein nicht entlassen leute die mich verärgert haben entlasse ich nicht ich lasse sie verschwinden ihr ganzes leben wird sich einfach auflösen und sie können dabei nur zusehen wie es Stück für Stück um sie herum verbrennt ihre Stimme war eiskalt und zum ersten Mal lehnte sie sich etwas vor so dass sie ihr Gesicht sah wolf hörte hinter sich einen Schritt drehte sich um und jemand rammte ihm eine Spritze in den Rücken er schrie auf stolperte nach vorne und fiel zu Boden sie haben Glück Wolf denn meine Zeit ist begrenzt der letzte Mann der sich mir in den Weg gestellt hatte dieses Glück nicht Wagner war sein Name eine lachhafte Gestalt er glaubte er wäre sicher das war er nicht aber er war ein hervorragendes Testobjekt Wolf Wolf bemerkte dass er sich nicht mehr bewegen konnte seine Glieder wurden steif und er lag hilflos am Boden Natalie stand bei ihm blickte auf ihn herab und jetzt lächelte sie nicht mehr ihr Gesichtsausdruck war einfach nur kalt sie waren ihr Leben lang Raucher und sie haben getrunken keine gute Kombination wenn sie mich fragen und wenn man unvorsichtig ist kann da leicht etwas passieren sie lachte hellmig scheinbar fand sie das alles irgendwie amüsant der dunkel gekleidete man reichte ihr eine flasche sie schüttete sie über ihm aus und er hörte wie der Mann im Wohnzimmer ebenfalls etwas verteilte brandbesteiniger oder Alkohol er wusste es nicht ein beißender Gestank trat ihm in die Nase es ist gefährlich Wolf eine falsche Flamme und ihr ganzes Leben zerfällt um sie herum zu Asche während sie nur zusehen können gelähmt und hilflos sie zog eine Packung Streichholzer aus der Tasche entflammte eines und Wolf wollte schreien er wollte sich bewegen konnte es aber nicht in ihrem Gesicht war kein Mitleid als sie das Streichholz fallen ließ es in der Flüssigkeit landete und sich entzündete dann drehte sie sich um und begleitet von dem dunklen Mann verließ sie das Haus Rauch stieg ihm in die Nase alles begann zu brennen und Wolf konnte nicht einmal schreien als die Flammen ihn verzerrten Kapitel 22 Torben schwieg als ihn der Anruf erreichte er saß einfach nur da blickte auf seinen Schreibtisch und lauschte der Stimme am anderen Ende der Leitung Wolf Flenz war tot verbrannt in seinem eigenen Haus von dem jetzt nichts als Asche übrig war eine Zigarette hatte den Brand angeblich verursacht und zu seinem Tod geführt Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen aber für Flenz war jede Hilfe zu spät gekommen er war lebendig verbrannt ein grausames Schicksal Torben schüttelte den Kopf am Ende des Telefonats bedankte er sich für die Information und legte auf er fühlte sich matt und fand zunächst keine Worte als Katharina und Rainer ihn fragend ansahen Wolf Flenz der Leiter der Finanzabteilung von Pharmatol ist tot sagte er tonlos und Rainer schnaubte das gibt es doch nicht wie ist es passiert verbrannt angeblich hat eine Zigarette den Brand ausgelöst so ein Schwachsinn dann hatte Rainer stand auf und fegte einen Stapel Papiere vom Tisch Der Typ hat irgendetwas gewusst und deswegen hat man ihn kalt gemacht Das war kein Unfall Ohne den Tatort gesehen zu haben stimmte Torben ihm zu Die Leute um sie herum starben Jeder der die falschen Fragen zu stellen schien verschwand entweder oder wurde getötet Der Mann der in Emilias Haus eingedrungen war war ein Killer gewesen Seinen Namen kannten sie nicht genauso wenig wie seine Herkunft Torben hoffte dass was auch immer noch in dem Dokument stand ihnen endlich weiterhelfen würde Die Firma Dagon existierte nicht oder aber unter einem anderen Namen Er hatte keine Ahnung wem sie gehörte oder was sie überhaupt war Wie es schien hatten sie vor einiger Zeit hier in der Gegend geforscht Aber an was wussten sie nicht Es war möglich dass sie eigene Forschungen durchgeführt hatten damit er die Forschung für sie übernahm sie hatten jemanden gebraucht der ihnen das liefern konnte was sie wollten und schrammer war dieser mann gewesen Es war spät geworden die meisten Kollegen waren schon gegangen nur Rainer und Katharina blieben bei ihm sie saßen in Torbens Büro tranken Kaffee immer wieder redeten sie über Schrammer Pharmatoll und Dagon was auch immer das sein mochte Torben machte der Gedanke dass da draußen jemand war der Interesse an einer Biowaffe hatte und bereit war dafür über Leichen zu gehen Angst Die Uhr tickte beständig Die Zeit schien nicht vergehen zu wollen Rainer stand auf und ging Kaffee holen Inzwischen war es spät und mitten in der Nacht Emilia saß noch immer im Nebenzimmer und arbeitete Was wenn da gar nichts drinsteht fragte Rainer als er zurückkam Das war eine gute Frage und darauf hatten sie nicht wirklich eine Antwort dann würden sie vielleicht nicht weiterkommen Katharina fragte sie ob sie ein Quizspiel spielen wollten sie lehnten ab war ja nur so eine Idee ich dachte das hält die Stimmung vielleicht etwas auf meinte sie und lächelte leicht hilflos ich bin fertig das wird ihnen gefallen oder auch nicht Emilia stand im Türrahmen sie wirkte müde aber auch aufgeregt die drei Kommissare standen auf und folgten ihr ins Nebenzimmer sie setzte sich wieder hin und drehte den Computer in ihre Richtung ich habe den Rest des Dokuments sowie die E-Mails von Schrammer entschlüsselt er wollte den Virus als Biowaffe einsetzen und an eine Organisation namens Dagon verkaufen sein Kontaktmann war ein Amerikaner namens Derek Overwood möglicherweise Chef dieser Organisation sie hatten vor die Waffe zu verkaufen angeblich gab es Interessenten aus allen Teilen der Welt heilige Scheiße entfuhr es Rainer das können sie laut sagen er hat das ganze weiter und weiter modifiziert bis er es zu einer fast perfekten Baffe gemacht hatte Dagon war zufrieden aber Michael wollte mehr Geld haben er verlangte 500 Millionen statt der ihm versprochenen 50 Dagon hatte nicht eingewilligt und jetzt kommt der Clou Natalie Meuschels wusste von alledem sie war es die den deal mit Dagon aushandelte und wohl schon seit längerer Zeit eng mit ihnen zusammen arbeitete Michael wurde zu dem Projekt gebracht da sie der Meinung war dass er der geeignetste Mann war dann hat Dagon ihn umbringen lassen weil er mehr Geld haben wollte und Frau Meuschels hat die Wachmänner abziehen lassen damit die killer freie Bahn hatten Wagner Morgen und Flens waren einfach Leute die zu viel wussten genau wie Walter damals murmelte Torben es geht noch weiter scheinbar war die Waffe noch nicht komplett fertig sie wollen sie noch tödlicher haben als Michael es hinbekommen hat und Dagon versucht jetzt sie selbst fertig zu entwickeln fuhr sie fort Natalie Meuschels wird ihnen wahrscheinlich dabei helfen deswegen hat der Killer mich auch nicht sofort getötet ich denke man wollte mich entführen damit sie denen weiter helfen korrekt das für sie wichtigste sollte aber die Information über den Aufenthalt von Dagon sein in einer der verschlüsselten E-Mails befand sich die Adresse eine alte Firmenanlage außerhalb der Stadt die Dagon vor einiger Zeit gekauft hat sie haben auch Stützpunkte in Amerika und Japan aber ihre Zentrale nach Deutschland verlegt da ihre wichtigste Forschung zurzeit hier stattfindet Kapitel 23 schweigend blickte Derek Overwood über die Halle vor sich Männer in Kitteln standen an den klinisch weißen Tischen und arbeiteten im Akkord seit Schrammers Tod hatten sie keine Zeit mehr zu verlieren sie mussten weitermachen bevor irgendjemand von ihrer Arbeit erfuhr er war sich sicher dass die Polizei ihnen bereits auf der Spur war er hatte immer wieder Leute bestochen oder verschwinden lassen aber dieses mal war die Sache aus dem Ruder gelaufen Sorgen machte er sich deswegen nicht er machte sich nie Sorgen in seinen Augen war das ein Zeichen von Schwäche Nathalie Meuschels trat an seine Seite faltete die Hände und blickte auf die Forscher die ihrer Arbeit nach ging vielleicht hätten wir Schrammer noch ein paar Tage leben lassen sollen meinte sie nachdenklich doch er schüttelte den Kopf nein er musste sterben es war die einzige Möglichkeit er wäre damit an die Öffentlichkeit gegangen außerdem brauchen wir ihn nicht mehr er hat die Vorarbeit geleistet jetzt werden meine Leute seine Forschung zu Ende bringen Natalie stemmte die Hände in die Hüften und blickte zweifelnd auf die Forscher schließlich nickte sie aber nur denn sie vertraute Overwood und seinen Entscheidungen Michael war nur eine Hürde ein Hindernis das wir jetzt überwunden haben er hat den Grundbaustein gelegt aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr er drehte sich um und in langsamen Schritten verließ er das Labor Natalie folgte ihm die Labortür öffnete sich automatisch und die beiden traten nach draußen er schien wenig Interesse in einem Gespräch zu haben störte sich aber auch nicht daran dass sie ihn begleitete wenn wir hier mit einem fertig sind werden wir dann anfangen die Formel an den meistbietenden zu verkaufen wollte sie wissen die beiden schritten den komplett weißen Gang entlang die Umgebung wirkte künstlich niemand hätte so etwas im inneren der alten Fabrikanlage erwartet Dagon hatte alles umbauen lassen es war Overwoods Idee gewesen sich auch in Deutschland niederzulassen nachdem er den Deal mit Natalie Meuschels und Michael Schrammer ausgehandelt hatte in den USA betrieben sie zwar weiterhin ähnliche Forschungen aber diese kamen nicht voran es war erst Schrammer der sie auf den richtigen Weg geführt hatte Schrammer war es gewesen der eine Möglichkeit gefunden hatte den Virus noch stärker zu machen wie er selbst gesagt hatte lag es an einer Besonderheit dieses Virus die es möglich machte durch Genveränderung die Symptome deutlich zu verstärken mit anderen Viren hatten sie ähnliche Versuche durchgeführt aber keinen Erfolg gehabt was Overwood Natalie jedoch verschwiegen hatte war dass Michael auch ein Gegenmittel gefunden hatte um den Virus besiegen zu können so wie er die Virenhülle gestärkt hatte um eine tödliche Biowaffe zu kreieren hatte er einen Weg gefunden den Virus zu schwächen dazu hatte er sich die Wirkstoffe der anderen bereits verfügbaren Impfungen angesehen und die gegen Ebola und Tuberkulose kombiniert zusätzlich hat er eine alte Idee aus der Immuntherapie aufgegriffen und geforscht ob die Antikörper von Corona Patienten die die Krankheit bereits überstanden hatten des Rätsels Lösung waren daher hatten seine Forschungen auch diese Unsummen an Geld verschlungen aber am Ende hatte er beide Varianten in der Hand eine Mutation des Virus das nun eine tödliche Biowaffe war und einen Impfstoff der das Virus besiegen konnte das Gute und das Böse beides aus der Hand von Michael Schrammer der dafür mit seinem Leben bezahlen musste Overwood grinste all das hatte er Nathalie nicht erzählt sie war zweifellos sehr attraktiv von Beruf jedoch Tochter und arrogant bis zum geht nicht mehr und solche Frauen hatte er noch nie leiden können sie war jedoch auch skrupellos und zwar in einem Maß wie er es selten zuvor bei einer Frau gesehen hatte und somit von Nutzen für ihn und seine Pläne gewesen allerdings nur bis zu diesem Punkt daher würde er zusehen sie bald los zu werden um danach in die Verhandlungen zum Verkauf der beiden Stoffe zu gehen es hatten sich bereits mehrere totalitäre Regimes bei ihm gemeldet die mittels der Biowaffe ihre politischen Gegner ausschalten selber jedoch durch das Gegenmittel ausreichend geschützt sein würden um in einem zweiten Schritt dann durch den Verkauf der Formel für den Impfstoff die Staatskasse um ein paar Millionen aufzufüllen es werden weitere Testphasen folgen log Overwood Natalie an ohne rot zu werden aber machen sie sich keine Sorgen alles geht gut voran ich bin ihnen für ihre Mitarbeit äußerst dankbar Natalie ich werde mich in Zukunft auch erkenntlich zeigen er hob kurz die Hand und signalisierte ihr damit dass dieses Gespräch zu Ende war Natalie nickte daran hatte sie sich schon lange gewöhnt Overwood war kein gesprächiger Mann er kümmerte sich um das was getan werden musste und war stets nur auf das Geschäft fokussiert noch etwas haben sie sich um die Mitwisser gekümmert wollte er wissen ja das habe ich ihre Killer haben sie aufgespürt und getötet um Flens habe ich mich persönlich gekümmert antwortete sie Overwood nickte zufrieden und drehte sich nach rechts zu der Glasscheibe von der aus man über das gesamte Labor blicken konnte ein Wachmann mit einem Maschinengewehr in der Hand stand daneben er grüßte seinen Vorgesetzten und Natalie die Struktur von Dargon gefiel ihr die Mitarbeiter und Soldaten schienen fast schon unterwürfig gegenüber Overwood und seitdem sie seine Partnerin war auch ihr gegenüber es war die Struktur die ihrer Meinung nach jede Firma haben sollte eine Weile stand sie dort sah den Forschern bei der Arbeit zu dann griff Derek Overwood in seine Tasche und zog sein Handy hervor Er blickte darauf und schüttelte den Kopf Ich fürchte wir haben ein Problem Natalie Der Killer den ich zu Emilia Winter geschickt habe er hat sich immer noch nicht gemeldet Das kann doch nicht sein Er sollte sie längst mitgenommen haben Meinen sie ihm ist etwas dazwischen gekommen oder wurde er vielleicht von der Polizei gestört Es ist wichtig dass wir Emilia Winter aus dem Verkehr ziehen Sie war eine Bekannte von Michael und wahrscheinlich eine der wenigen die ähnlich brillant auf diesem Feld ist wie er Overwood nickte nur antwortete ihr aber nicht Kapitel 24 Blaulicht erfüllte die Nacht als eine Kolonne von Polizeiwagen vor der alten Anlage hielt Die Türen wurden aufgerissen Bewaffnete Polizisten und ein SEK Team stürmten auf die Anlage zu Torben stieg aus schloss die Tür seines Wagens hinter sich und schritt auf das Gebäude zu Von außen wirkte es als wäre es verlassen aber er wusste dass es das nicht war Hier versteckte sich Dagon Er atmete tief durch und wechselte einen Blick mit Rainer Sie wussten beide dass sie sterben konnten Torben hatte mehrere Spezial Einsatz Kommando Teams angefordert aber nur eines war rechtzeitig eingetroffen Der Kommando Führer trat an ihn heran ein Sturm Gewehr in den Händen Wir gehen jetzt rein Ein Teil meiner Jungs geht über die Dächer erklärte er ihm Die Türen sind möglicherweise gesichert Wir werden Sprengladungen anbringen Ein leises Reinkommen wird nicht drin sein Torben nickte Alles klar legen wir los Der Kommando Führer drehte sich um und nickte einem seiner Männer zu Dieser ging vor dem Tor in die Hocke und öffnete es mit einem Dietrich Die anderen warteten hinter ihm die Waffen bereit Sie wussten nicht was sich dort drin befand und wie viele Männer Dagon vielleicht hatte Wenn sie Auftragskiller hatten dann hatten sie wahrscheinlich auch Söldner um die Anlage zu bewachen Draußen war niemand zu sehen aber das war wahrscheinlich Teil ihrer Tarnung Überwachungskameras bemerkte Rainer und deutete mit der Hand nach oben Torben blickte hoch An der Außenwand des Gebäudes befanden sich mehrere Kameras die das Gebiet abdeckten Einer der SEK-Männer zog eine Pistole mit Schalldämpfer und zielte Was machen sie da fragte Katharina und trat zu ihm Der Mann ließ sich nicht stören und sah sie nicht einmal an Er schallte die Überwachungskameras aus meinte Rainer Dann wissen sie dass wir hier sind Das wissen die auch so schon Aber wenn sie keine Kameras haben wissen sie nicht wo genau wir sind sagte Rainer Katharina schien nicht überzeugt sagte aber nichts mehr Sie trat zurück und stellte sich wieder zu Torben In ihren Augen sah er Unruhe ihm selbst ging es nicht anders Torben blickte auf die Uhr die anderen SEK Teams waren unterwegs aber es würde dauern bis sie eintrafen Dagon war ohnehin schon vorsichtig einen Tag länger zu warten könnte bedeuten dass sie die Anlage verwaist vorfinden würden er war sich nicht einmal sicher ob jetzt überhaupt noch jemand da war die Männer strömten auf den Hof und liefen an der alten Lagerhalle vorbei auf das Haupttor zu davor ging einer von ihnen in die Hocke Rainer Katharina und Torben folgten ihnen dahinter weitere Polizisten einige von ihnen trugen Schrotflinten und Sturmgewehre aus der Waffenkammer Torben atmete noch einmal tief durch und hoffte dass sie keinen Fehler machten einer der Männer arbeitete am Schloss und drehte sich dann zum Kommando Führer um er schüttelte nur den Kopf und sein Vorgesetzter gab ihm per Handzeichen eine Anweisung jetzt wird es gleich laut warnte Rainer Katharina sie nickte und trat einen Schritt zurück der SEK Mann brachte eine Sprengladung an der Tür an dann traten alle etwas zurück ist mit einem elektronischen Schloss gesichert anders geht es nicht erklärte der Kommando Führer Torben nickte nur sie mussten da rein wie war nicht so wichtig ein lauter Knall halte durch die Nacht als die Tür aufgerissen wurde die SEK Leute liefen vor einer nach dem anderen stürmten sie das Gebäude Torben Rainer und Katharina und die restlichen Polizisten folgten im Inneren war es dunkel an der Seite des Ganges sahen sie schwarze Rohre die in der Decke verschwanden der Boden war aus hellen Fliesen alles wirkte steril und kalt wie bei Pharma toll dachte er bei sich nach einem kurzen Stück kamen sie zu einer weiteren zweiflügeligen Tür der Kommando Führer stieß sie auf und sein Team drang in den Raum vor Torben folgte ihnen es schien eine Art Eingangshalle zu sein niemand war hier ein paar Stühle als wenn sie schon weg sind oder wenn Schrammer sich mit der Adresse geirrt hat fragte Katharina ihn er hat sich nicht geirrt sie haben ihn hierher gebracht um mit ihm zu reden ich denke man hat ihm die Augen verbunden aber Schrammer hat trotzdem bemerkt wo man ihn hinbrachte außerdem hatte die Adresse in einer Mail an Nathalie Meuschels erwähnt und sie gefragt ob sie diese Adresse bestätigen könne sie hat gesagt er soll solche Fragen nicht stellen die ganze Konversation war auf Altgriechisch er hatte sich gefragt ob Nathalie Meuschels auch mit in die Sache verwickelt war inzwischen war er sich sicher sie hatte sich immer wieder mit Schrammer ausgetauscht und auch wenn sie dabei noch nie konkret geworden war so war es seltsam dass die beiden so viel miteinander konferiert und ihre Unterhaltungen verschlüsselt hatten die Mailadresse hatte nicht ihren Namen getragen aber er hatte sie in dem verschlüsselten Text namentlich angesprochen die Männer liefen weiter stießen die Tür am Ende der Halle auf und huschten in den Gang niemand war hier ein rötliches künstliches Licht erhellte den Gang irgendwo in der Ferne glaubte Torben einen Alarm zu hören die Männer des SEK Teams traten um die Ecke Torben folgte ihnen und sie standen vor einer Tür ein paar Mal traten sie dagegen aber sie ließ sich nicht öffnen man braucht eine Schlüsselkarte meinte der Kommandoführer in diesem Moment ertönte ein Surren und die Tür schwang auf alle sahen sich verwundert an dann blickte der Vorderste in den Raum niemand war zu sehen das Labor schien leer sie traten ein als etwa die Hälfte der Einsatzmannschaft den Raum betreten hatte wurde das Feuer eröffnet die Dagon-Leute hatten sich unter den Tischen und hinter Zwischenwänden versteckt Kugeln trafen zwei der vorderen Männer und verwundeten sie einem durchschlugen sie die Schulter er schrie und stolperte zurück Blut lief aus seiner Wunde und er ging zu Boden der andere hatte weniger Glück die Kugel traf ihn in den Kopf und tötete ihn raus hier brüllte Torben er stolperte zurück und Kugeln flogen durch den Raum inzwischen erwiderten die SEK-Männer und einige der Polizisten das Feuer der erste Dagon-Soldat wurde getroffen und getötet der Mann fiel um und blieb tot am Boden liegen keinen der anderen schien es zu kümmern Torben zielte und schoss einen weiteren nieder der mit einer Schrotflinte bewaffnet war der Mann fiel hin feuerte aber noch und die Kugeln trafen einen Polizisten dieser schrie auf und stolperte zurück als Torben als einer der ersten wieder aus dem Raum stürzte und um die Ecke blickte sah er dass von hinten ebenfalls Dagon-Leute anrückten verdammt fluchte er und feuerte auf sie er traf einen von ihnen hielt sie aber nicht auf die anderen schossen zurück und er warf sich zur Seite Kugeln schlugen nahe ihm ein als er sich hinter die Ecke dringte im Raum explodierte etwas ein Polizist wurde durch die Luft geschleudert und landete tot in den Reihen seiner Kameraden jemand schrie das schaffen wir nicht weg hier schrie Katharina einige der Polizisten und SEK-Männer waren in Deckung gegangen und feuerten zurück aber sie drohten überrannt zu werden Rainer richtete sich auf und blickte nach oben hinter einer Sicherheitsglas-Scheibe sah er einen großen Mann in einem dunklen Anzug stehen der auf sie herabblickte neben ihm stand eine ganz in weiß gekleidete Frau Nathalie Meuschels sie und der Chef von Dagon wollten dem Gemetzel wohl beiwohnen ein Söldner mit einem Gewehr trat aus der Tür am hinteren Ende des Raumes er schoss mehrmals und die Kugeln töteten zwei Polizisten Rainer lugte hinter seiner Deckung hervor und als der Mann seine Waffe nachlud erschoss er ihn der Kommandoführer feuerte ebenfalls und tötete mit einer Seife gleich zwei Angreifer im Gang hinter ihnen waren jetzt auch Schüsse zu hören Katharina blickte nach hinten dann richtete sie sich auf und zusammen mit zwei Polizisten eilte sie zu Torben die kommen von hinten rief er ihr zu verflucht wir sitzen in der Klemme keuschte sie und feuerte mit einer Hand um die Ecke herum dem Schrei nach traf sie jemanden der Polizist hinter ihr trat mit einer Flinte aus der Deckung und schoss einmal bevor er sich auf die andere Seite des Durchgangs stellte erneut krachten Schüsse der Polizist schoss wieder wurde aber getroffen und fiel mit einem Schrei zu Boden Mist schrie Torben und packte ihn am Bein um ihn in die Deckung zu ziehen Katharina schoss erneut obwohl sie nichts sah im nächsten Moment erfüllte Qualm den gesamten Gang jemand hatte eine Rauchgranate geworfen Torben hustete und hielt sich die Hand vor die Augen Rainer sah den Rauch aus dem Gang strömen er und ein SEK Mann liefen zu Katharina und Torben Rainer warf noch einen letzten Blick nach oben und sah Overwood und Frau Meuschels die sich zum Gehen wandten er schnaubte er schrie Torbens Namen und lief zu ihm der SEK Mann feuerte in den Rauch konnte aber nichts sehen er schoss mehrmals bis ihn eine Kugel in den Kopf traf er schrie nicht mehr sondern fiel einfach tot zu Boden während Blut auf die Wand hinter ihm spritzte Overwood entkommt und Meuschels mit ihm keuchte Rainer Scheiße hustete Torben was jetzt durch den Rauch näherten sich Gestalten die nicht viel mehr als Schatten waren ich gebe euch Deckung ihr verfolgt sie beschloss Katharina und bevor einer von ihnen etwas sagen konnte hatte sie das Sturmgewehr des toten SEK Mannes gepackt los schrie sie ihnen zu und eröffnete das Feuer auf die Dagon Leute Torben wusste dass er das noch bereuen würde er erhob sich und rannte los Rainer folgte ihm sie rannten den Gang in die andere Richtung weiter und kamen in den Raum in dem die SEK Männer noch immer mit den Leuten von Dagon kämpften ohne sie zu beachten eilten sie durch die Tür und verließen den Raum sie mussten Overwood und Meuschels einholen der Gang ging ein ganzes Stück geradeaus bevor er eine Kurve machte die beiden Kommissare rannten so schnell sie konnten hinter der Ecke stand ein Soldat er hob die Waffe aber Torben erschoss ihn bevor er reagieren konnte normalerweise hätte ihn das mehr Überwindung gekostet aber im Moment ließ ihn das Adrenalin gar nicht darüber nachdenken dass er gerade jemanden getötet hatte er rannte weiter und sie kamen auf die Brücke von der Meuschels und Overwood den Kampf beobachtet hatten die Tür an deren Ende stand offen Torben lief los und sie kamen in eine Art Büro alles war in weiß gehalten auf den Schreibtischen lagen Akten herum sie waren nicht hier komm rief Rainer und deutete auf die Tür am anderen Ende sie rannten weiter und als sie auf den Gang sprinteten sahen sie Meuschels und Overwood im Aufzug stehen die Türen schlossen sich und die beiden verschwanden na toll entfuhr es Torben sie sprinteten weiter erreichten das Ende des Ganges und liefen die Treppe hinunter unten angekommen warf Rainer einen Blick in den leeren Aufzug und folgte dann Torben der rannte so schnell er konnte aber er wusste nicht wohin sie waren die Tür am Ende des Ganges stand offen Wind wehte ihnen entgegen dort ging es nach draußen die beiden flohen Torben stieß die Tür auf und rannte in die Nacht er hörte einen Motor und sah einen Jeep der das Gelände verließ zwei Polizisten lagen tot am Boden sie hatten das Tor bewacht Torben lief los und ein weiterer Polizist kam ihm entgegen jemand hat die Reifen der Autos zerstochen schrie er und Torben seufzte man hatte an alles gedacht wir nehmen meinen Wagen der parkt abseits den haben sie sicher nicht gefunden rief Rainer zu ihm und sprintete los Torben folgte ihm sie sprangen in Rainers Auto das er etwas abseits unter einem Baum geparkt hatte Rainer parkte aus und fuhr mit voller Geschwindigkeit los Natalie lehnte sich zurück und schloss die Augen für meinen Geschmack war das ein bisschen zu knapp bemerkte sie und schnaubte Overwood sagte nichts er blickte nur auf die Straße vor ihnen wie knapp es war spielt keine Rolle antwortete er sie blickte in den Rückspiegel jemand folgt uns Derek ach wirklich seine Mundwinkel zogen sich nach oben ich fürchte das ist ein Fehler er trat aufs Gas und beschleunigte obwohl er ohnehin schon schneller fuhr als es die kleine Waldstraße überhaupt zuließ vor der Kurve ging er kaum vom Gas und der Wagen fuhr durch ein Schlagloch Natalie hielt sich im Griff fest und atmete tief durch Rainer holte langsam auf und er trat das Gaspedal voll durch und Torben fragte sich ob sie das überleben würden es war dunkel und Rainer konnte nicht mehr sehen als er die Straße war feucht und es regnete wenn sie noch schneller fuhren würden sie noch an einem Baum zerstellen Overwood schien das nicht zu kümmern denn er trat weiter aufs Gas und nach der Kurve gewann er Abstand Torben wurde gegen die Tür geschleudert als Rainer das Steuer herumriss und um die Kurve schoss Dreck und Steine spritzten in die Höhe als einer der Reifen über den matschigen Untergrund fuhr festhalten wies Rainer ihn an schaltete und beschleunigte der Wagen raste die holprige Straße entlang und sie holten auf Overwood blickte in den Rückspiegel und sah wie sich der Wagen von hinten näherte er schnaubte und griff neben sich schießen sie wies er Natalie an und reichte ihr die Waffe sie sah ihn einen Moment lang zweifelnd an dann ließ sie das Fenster herunter und drehte sich um in der Dunkelheit der Nacht konnte sie nur wenig sehen aber die hellen Scheinwerfer des Autos verrieten ihre Verfolger eine Kugel schlug in die Kühlerhaube ein und ein Ruck fuhr durch das Auto verdammt was war das entfuhr es Rainer die schießen auf uns schrie Torben und im nächsten Moment durchschlug eine Kugel die Windschutzscheibe und schlug hinter ihm in seinen Sitz ein verdammt fluchte er er kurbelte das Fenster herunter und lehnte sich aus dem Wagen kalte Luft schlug ihm ins Gesicht und er zog den Kopf etwas ein denn die Äste einer Buche hingen tief auf die Straße herab Torben zog seine Waffe und schoss zurück er sah nicht viel und schoss einfach auf das Auto ein paar Kugeln schienen zu treffen er schoss sein gesamtes Magazin leer dann lehnte er sich zurück und lud nach wieder knallten Schüsse aber sie verfehlten den Wagen schieß auf ihre Reifen brüllte Rainer die Straße machte erneut eine Kurve und Overwood ging vom Gas Torben schoss glaubte einen Reifen getroffen zu haben war sich aber nicht sicher ein Ruck fuhr durch das Auto und er wäre fast aus dem Fenster gefallen Nathalie schoss erneut eine der Kugeln durchschlug den Spiegel aber wie Torben konnte auch sie nicht sehr viel sehen sie lehnte sich wieder zurück und öffnete das Handschuhfach los beilen sie sich wies Overwood sie an sie blickte hinein und zog eine der Granaten hervor halten sie das für eine gute Idee fragte sie und er nickte Nathalie zuckte mit den Schultern und warf die Granate nach hinten aus dem Fenster Torben sah nur dass irgendetwas aus dem Auto geworfen wurde er hatte keine Ahnung was aber es gefiel ihm nicht Rainer pass auf die haben weiter kam er nicht als ein Knall die Nacht zerriss die Granate explodierte vor ihn schleuderte Gestein in die Höhe und Rainer riss das Steuer herum er schrammte an einem Baum entlang der Spiegel wurde abgerissen und sie fuhren durch ein Gebüsch Zweige schlugen gegen ihre Scheibe Rainer trat auf die Bremse und lenkte wieder zurück auf die Straße fast wären sie mit einem Baum kollidiert aber wie durch ein Wunder konnte er noch rechtzeitig ausweichen das Auto kam zurück auf die Straße und Torben lehnte sich noch einmal zum Fenster hinaus er hatte noch fünf Schuss jetzt musste er treffen er zielte und drückte ab es knallte und ein Ruck fuhr durch das Auto was war das fragte Nathalie und im nächsten Moment begann das Auto zu schlittern der Reifen antwortete Overwood er versuchte um die Kurve zu lenken verlor aber die Kontrolle über den Wagen und schlitterte in den Wald Rainer Vorsicht schrie Torben und sein Kollege trat auf die Bremse als das Auto vor ihnen ausbrach der Wagen verschwand im Wald und Rainer konnte sein Auto kurz vor einem Baum abbremsen verdammt das war knapp meinte Rainer und stieg aus Torben folgte ihm Overwoods Auto war im Wald zum Stehen gekommen Rainer lief darauf zu Torben folgte ihm es war still der Wagen stand vor einem Baum gegen den er gestoßen war niemand war zu sehen wo sind sie flüsterte Torben in dem Moment ging die Tür des Wagens auf Nathalie Meuschels taumelte heraus sie hielt sich den Kopf keine Bewegung rief Rainer sie drehte den Kopf und sah ihn nur mit einer Mischung aus Verwirrung und Hass an er wollte gerade noch etwas sagen als Overwood ihn von hinten niederschlug Rainer fiel und die Waffe rutschte aus seiner Hand Torben wirbelte herum und richtete die Waffe auf Overwood er hatte keinen Schuss mehr übrig aber das wusste Overwood nicht Hände hoch rief er Overwood blickte ihn nur an er fuß sich durch die kurzen dunklen Haare und lachte dann sie denken sie hätten gewonnen nicht wahr aber das haben sie nicht Dagon wird immer weiter bestehen ganz gleich was sie auch tun Overwood sprang nach vorne und schlug ihm die Waffe aus der Hand Torben taumelte zurück und fing den nächsten Faustschlag seines Gegners ab er stieß ihn zurück und schlug zu Overwood packte ihn am Arm drehte sich und warf ihn zu Boden Torben schlug hart auf den Boden auf und Overwood rammte ihm das Knie in den Bauch Torben trat ihn und stieß ihn von sich runter Overwood rollte sich ab und Torben warf sich auf ihn er riß ihn zu Boden und schlug mit der Faust zu der Schlag verfehlte seinen Gegner und traf nur die Erde Overwood hob sein Bein und stieß Torben von sich runter blitzschnell war er es der über Torben war holen sie den Koffer Nathalie sprach er und packte Torben am Hals Torben kämpfte gegen ihn an schaffte es aber nicht ihn von sich runter zu werfen die Luft blieb ihm weg hinter ihn stand Rainer wieder auf jetzt hab ich langsam genug keuchte er und packte Overwood von hinten er riss ihn wieder von Torben herunter und stieß ihn zurück Rainer verpasste ihm eine Gerade und Overwood taumelte nur einen Moment hielt er inne dann schlug er zu Rainer wehrte es ab und Overwood trat nach ihm er stolperte zurück und die beiden kämpften einen Moment Rainer schleuderte ihn gegen einen der Bäume Overwood schien es kaum zu merken trotz seiner Größe waren seine Bewegungen und schnell sie waren die eines geübten Kämpfers jeder Schlag traf sein Ziel mit genug Wucht um Knochen zu brechen Rainer schlug nach ihm und Overwood stieß ihn zurück Torben warf einen kurzen Blick zu ihnen dann stürzte er auf Natalie zu bleiben sie wo sie sind schrie er sie erstarrte und drehte sich zu ihm um in ihrer Hand hielt sie einen Koffer in dem sich wahrscheinlich die Waffe befand weg damit rief er und hob Rainers Pistole auf sie blickte ihn ausdruckslos an und stellte den Koffer dann ab hinter ihm stieß Overwood Rainer zu Boden und Torben schnellte herum diesmal ist die Waffe geladen rief er und Overwood drehte sich um in seinen Augen sah er keine Angst er lächelte nur weg von ihm auf die Knie dannerte er und sah aus dem Augenwinkel eine Bewegung Natalie war an ihn herangetreten in der Hand ein langes dünnes Messer sie stach zu er hob den Arm und das Messer durchbohrte seinen Unterarm und schlitzte ihn auf Torben schrie und stieß sie von sich weg sie stolperte und verlor den Halt ein Moment drehte sich alles um ihn und er blickte auf seinem blutüberströmten Arm die Klinge hatte tief ins Fleisch geschnitten Overwood ließ den Moment nicht ungenutzt er sprintete auf ihn zu seine Faust krachte in Torbens Magen er griff nach der Waffe und versuchte sie ihm zu entreißen Rainer packte ihn von hinten und riss ihn um alle drei fielen zu Boden und die Waffe rutschte über die Erde Overwood packte sie im gleichen Moment wie Torben Torben riss sie mit aller Kraft herum und schoss die Kugel durchschlug Overwoods Brust und ihm entfuhr ein fast tonloser Laut für einen Moment verharrte er noch über Torben dann sagte er zur Seite und brach tot zusammen schwer atmend richtete sich Torben auf Blut lief ihm über den Arm und Rainer gab ihm die Hand um ihm auf die Beine zu helfen das sieht übel aus meinte er und Torben nickte ich rufe einen Krankenwagen Nathalie Meuschels erhob sich zitternd und Torben richtete die Waffe auf sie Schluss jetzt sagte er und sie hob die Hände über den Kopf Rainer legte ihr Handschellen an sie leistete keine Gegenwehr mehr nur wenig später erfüllte das Heulen von Sirenen den Wald und das Blaulicht von Polizeiautos fiel zwischen den Bäumen hindurch Kapitel 25 Finale Torben lehnte sich zurück in letzter Zeit war es ruhig geworden und mit seinem verletzten Arm konnte er nicht arbeiten also saß er jetzt doch zu Hause und sah sich mit seiner Frau fast alle Filme an die sie hatten Katharina war gestern vorbeigekommen und sie hatten sich etwas unterhalten die Situation war noch immer nicht besser geworden die Zahl der Toten kletterte weiter nach oben aber die schlimmste Gefahr war gebannt ob Dagon mit dem Tod von Overwood besiegt war oder nicht das wusste er nicht aber zumindest hatten sie einen schweren Schlag erlitten Torben glaubte dass sie so schnell nicht zurückkehren würden die Biowaffe befand sich jetzt in Verwahrung Emilia Winter hatte Schrammers Position eingenommen und prüfte gerade ob das Heilmittel das Michael gegen den Wuhan-Virus entdeckt hatte tatsächlich in dieser Form bereits einsatzfähig war wenn dem so war würden sie bald damit in die erste Testphase gehen damit es der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt werden konnte Nathalie Meuschels saß im Gefängnis und die Ermittlungen hatten ergeben dass Tobias Marxmann nichts mit der Verschwörung zu tun gehabt hatte Frau Meuschels bestand zwar darauf aber es gab keinerlei Beweise die Frage ob er etwas damit zu tun hatte klärten sie nie vollkommen aber es erübrigte sich da Tobias Marxmann der das Virus noch vor einigen Wochen als besiegt erklärt hatte inzwischen durch dieses gestorben war jeden Tag starben mehr Menschen aber Torben wusste dass es besser werden würde irgendwann hört auch das auf und wenn wir erst einmal das Heilmittel haben dann wird alles wieder normal hatte Rainer gesagt Torben hoffte dass er recht behalten würde Ende das war das Todesvirus von Katrin Nowak dieses Hörbuch wurde für Sie gelesen von Sven Mindermann ich hoffe sehr dass es Ihnen gefallen hat vielen Dank und bis bald Vielen Dank und bis bald bitte rose